so ihr lieben dann wollen wir mal starten würde ich sagen dann lassen wir lassen wir euch nicht warten hier und starten mit dem stream herz willkommen erstmal heute beim sub battle mal wieder ein klassiker unter den streams ein sub battle gegen the big greek den holen wir gleich ins boot der wird hier an der seite neben mir zu sehen sein streamt auch gleichzeitig selber auf twitch und wir machen ein schönes sub battle ja ist das erste dieses jahr hat ein bisschen gedauert auf bali war es nicht so leicht umzusetzen und jetzt ist aber wieder so weit und was was versteckt sich denn hinter dem sub battle ein sub battle ist ein kleines turnierchen könnte man sagen ein mannschaftswettbewerb ein mannschaftswettbewerb wo meine subs also die youtube mitglieder gegen die subs subscriptions von the big greek auf twitch spielen und das team steht bereits fest cybermax drache insofern kannst du ja leider nicht mitmachen und das die paarungen sind auch fast alle einsehbar hier unter unseren kameras kann man schauen ob ich das hier noch vollständig anzeigen kann schauen wir mal hier zack ja doch so langsam kommen wir da hin doch das sind doch jetzt alle hier wunderbar ja wie viele partien haben wir heute 14 partien haben wir uns wieder einiges vorgenommen ich glaube wir müssen das mal auf zwölf begrenzen weil ich kann euch sagen das wird das wird wieder langer stream ne 13 haben wir ne 13 habe ich mich verzählt ja und team tbg hat eine weißpartie mehr so da geht's schon los wer hat das denn organisiert nein ich mache ich mache nur spaß vielen dank an die bots für die organisation aber lass uns das mal auf zwölf begrenzen für die zukunft bitte zwölf ist eine gute zahl würde ich mal sagen ja das wird ein kunterbunter abend für die ganze familie und insofern nehmt euch ein bisschen popcorn holt euch ein bisschen popcorn und dann dann legen wir los ich muss mal schauen ich bin nicht ganz mittig im bild ein bisschen rüber hier noch so jetzt haben wir das doch warum moderiert ihr nicht zusammen weil wir zusammen moderieren den griechen den hole ich jetzt ins boot mein lieber jonas du bist ganz am anfang reingekommen und bevor ich den griechen hier in den call hole wollte ich euch erst mal begrüßen so aber jetzt ich habe ja eigentlich euch noch gar nicht begrüßt naja mensch sage ich erst mal hallo maximilian hermann jonas ronasson dennis ist am start wieder karlgeburt ist auch am start absolute power 69 hier dürfen alle mitmachen theoretisch die subs sind und die sich vorher angemeldet haben kolito erich grüße dich martin auch am start natürlich felix team koala pot 777 episode power 69 ich grüße euch alle jürgen und frank ist auch am start matt ist am start mario ist auch da na super sind sie alle versammelt hier ja william rolf und detekno t super schnäpf 12 anycon 1 ok trockton und frank noch ein frank her zweiter frank die beiden frank sind am start sachsen heute auch schön das freut mich und ja hallo hallo ok bevor ich jetzt hier nicht mehr rauskomme aus dem hallo sagen was ja nicht schlimm ist aber ich würde sagen machen wir mal weiter oder und jetzt rufen wir wirklich den griechen an was ist jetzt passiert hier ok ja das passt doch eigentlich was ist denn jetzt bitte komisch na gut egal ok ich glaube wir haben es gleich oder auch nicht ok gut 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 wie kann ich mitmachen für zukunft michael k du kannst youtube mitglied werden und falls du schon bist dann bitte auf discord dich anmelden will das nächste mal ein sapetel ausgeschrieben wird das wäre dann der weg so dann haben wir hier mal den griechen wo ist er denn hier ist er da ist der grieche da ist er und da war so dann hole ich dich mal rein ja genau erst mal her ganz entspannt aber erst mal frage an den chat könnt ihr den griechen schon vernehmen vernehmen ich hab niklas schnell drin gehabt schon jetzt muss ich mich noch hier vernünftig rein schneiden ich meine wir haben so lange nicht gesprochen du hast jetzt einen ganz neuen hintergrund mein lieber da hast du dir hast du dir was zusammengebaut gefällt dir gefällt mir gut ja was ist das jetzt drei jahren was steht da jess da steht jess ja in der mitte und was steht darunter das kann man ich lesen weil das griechen mal so ich brauche noch einen moment hier naja muss noch kurz was machen ich glaube wert jetzt sehe ich dich frontal das ist auch anders sonst war es immer von der seite genau ich habe die kamera natürlich jetzt vor mir stehen natürlich ja vorher war ja eine notlösung das war mir nicht bewusst ich dachte du magst du den den seitlichen style du hast aber das zimmer nicht nichts anderes her gab aber jetzt was hat sich verändert komplett umgezogen in das wohnzimmer okay also vom schlafzimmer ins wohnzimmer ist ja ein schritt der sag ich mal auf der hand lag woran hat das gehangen alles umräumen witzig ummöblieren umräumen okay alles möglich okay ja wunderbar dann sieht man jetzt also nicht mehr in deinem bett im stream das stimmt so gut ja ich habe dich perfekt hier drin dann würde ich sagen wir haben einiges wieder vor heute wenn wir da volles programm mit 13 partichen ja das wird also ein ein fest für die ganze familie und dann wollen wir nicht lange um den heißen den heißen kriegsbrei rumreden sondern starten oder würde man gerne machen bei uns müssen wir noch die wetten abwarten donbo läuft das mit den wetten hier die wetten ja die kanalwetten weiße doch ja ich weiß ja also du förderst gambling quasi kann man schon so sagen oder ich fördere was gambling das ist doch kein geld zocken wie würdest du das sonst bezeichnen oder chat ist schon gambling oder die setzen doch kein geld ja aber sie setzen trotzdem ihre wertvollen keine ahnung punkte glücksspiel schnallpunkte nennt sich das du kennst dich extrem gut aus niklas du bist ein experte sagen alle ich habe punkte gesagt von daher du kannst mir da keinen strick draus machen dreh dreh gut ja richtig so wen haben wir denn als erste partie hier ja turm turm weg ok turm weg da freut mich drauf da freut mich drauf 0246 hat warum freust dich drauf aber ist ja schön ja turm weg der ist den kenne ich den habe ich auch schon persönlich getroffen und ja er spielt leider mit schwarz sonst hätte er mal ein weißrepertoire anwenden können das ist natürlich schade aber ich freue mich auf seine partie und dadurch einfach 200 punkte mehr von daher ja ja 200 punkte mehr es fängt schon wieder so an dass ich ich muss mich zurückhalten egal ja aber pass auf du hast eine weißpartie mehr deine subs haben eine weißpartie mehr ja das ist auch dann kannst du nichts sagen ist komplex der Anzugsvorteil ist auch unfassbar wichtig auf dem Niveau ist es das ist bekanntermaßen wissen das alle ja Bruce Bromse sagt er hat alle seine Kanalpunkte verloren als er beim Teil Tuesday auf dich gesetzt hat kommt doch wenn man so gesetzt hat ja Freunde ihr könnt euch stumm schalten und loslegen wir sind ready oder ja ich denke schon ok ich bedanke mich mal zwischendurch bei meinen geogenes 71 shadow kauli 65 sesak 42 für 5 subs jeweils die beiden letzten dankeschön das geht ja gut nach vorne direkt hier zum start oh jetzt kommt was kommt jetzt was kommt jetzt harrison fogg danke russisch russisch ist schon da mal gucken ob jetzt dame e7 ach du liebe Güte ok das scheint seine Vorbereitung zu sein so wie er es rausblitzt das Bild von tbg ist etwas verpixelt ok muss ich nochmal schauen was ich hier verbessern kann hast du deine Technik wir mal wieder nicht im Griff Niklas nein ich sag mal hero 02468 hat auch was nicht im Griff nämlich nicht mehr den Springer in seiner Hand ok wie viele Züge hat das jetzt gedauert bis eine Figur weg war 3 4 ja das für dame e7 ist ein guter dame e7 ja ja Bringer wegziehen ist nicht drin das geht doch gut los würde ich mal behaupten ja den Bauern kann man nehmen mit dem Bauern dann gewinnt man erstmal einen Bauern ist auch kein guter Zug ok probieren wir es nochmal ob der Grieche jetzt besser zu sehen ist vielleicht schauen wir gleich so Weiß hat zwei Bauern für die Figur das ist ok das reicht das wird er noch drehen zwei schöne Bäuerchen ok so Endspiel schon auf dem Rad die beiden blitzen die Züge raus huiuiui huiuiui Weiß hat schon ein bisschen nachgedacht jetzt hängt der d4 Vorsicht Hero nein ja ist zu schnell unterwegs ist glaube ich nervös ist nervös oh ist da gleich ein Turm weg zumindest eine Qualität könnte passieren könnte passieren Weiß muss aufpassen den Decken ja also die spielen mir hier beide viel zu schnell um ehrlich zu sein 5 plus 3 3 Sekunden pro Zug obendrauf da kann man sich ein bisschen Zeit nehmen und vor allem auf dem Spielsteigerniveau wenn man da die Züge rausplitzt da sind häufig Fehler dabei so Läufer abgetauscht mit Schach und jetzt muss der Läufer auf D6 verteidigt werden oder Schwarz spielt einen Gegenangriff aber den Läufer zu ziehen wäre eine sicherlich simple Fortsetzung oh das droht Lopper A2 auch nicht schlecht ja aber geht auch in die Festung mit Läufer F4 was ein bisschen riskant ist na gut Läufer G5 hat den Turm gedeckt auf D1 damit es Läufer schlägt H2 entkräftet ja mal sehen wie Turm weg sein sein Materiavorteil hier verwerten möchte ob er es schafft Läufer G4 nächst Figur aus guter Zug Valos danke für F3 ja F3 ist der logische Zug hat er gemacht danke Ralf ich muss mich auch einmal bedanken ja danke Ralf für die 5 Euro er sagt Go Team Hushi Go ja auf geht's auf geht's hier Turm weg der Springer greift den Läufer auf F5 an das wird er sehen denke ich Läufer C5 für eine Möglichkeit um den Springer zu fesseln macht er auch Atomik er ist einfach da merkt man er trainiert mit Chessens er ist da dabei Eckemeyer das würde man auch sehen wenn man nicht mit Chessens trainieren würde aber da merkt man einfach dass die diese Grundprinzip in die sie drin aber natürlich schön die Schleichwerbung einzubauen C3 wäre jetzt natürlich der Zug mit dem man den Springer deckt oder Valos was geht denn hier 5 Subs oder wie sind das 5 Subs mein Lieber danke das rappelt ja in der Kiste Valos hört sich so ein bisschen an wie Charakter aus Game of Thrones Valos 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 klingt wie ein Grieche wollte ich gerade sagen ist aber nicht ganz griechisch das Ost ist natürlich eine typische Änderung für Griechen aber wie Konstantinos ja ich arbeite bei uns bei Chessens arbeitet Vasilios gut ich glaube so sagt man es nicht aber das Ende auch nicht so abgehakt nicht ganz so abgehakt du kannst es ruhig flüssig ausreden probieren aber Vasilios Vasilios ah ok ja wir nennen ihn alle Vasili das habe ich gesagt nie seinen Namen komplett falls er zuschaut Grüße gehen raus guter Spieler ein guter Mann auch aber ja was ist denn mit den Griechen warum haben die alle immer so lange Namen woher kommt das haben die alle Namen ja geht lange Namen meine ich Georgios ist jetzt nicht so lang oder ja aber vor allem die Nachnamen sind häufig sehr lang die Nachnamen sind tatsächlich sehr lang was weiß ich ich weiß es nicht ok ja ich dachte Papa Dimitrio zum Beispiel ich kenne nur Schachspieler ja welchen kennst du den sag mal äh welchen Schachspieler ich kenne ja Barnikos Barnikos Papainou Papainou du kennst da gar keinen völlig falsch ausgesprochen Christos Barnikos gegen den habe ich mal gespielt alter Lachs der Sprachtalente Huschenbets schlägt wieder zu ja und dann dieser Ioannis Papainou oder so ja nee ist klar ja da weißt du wen ich meine Nikolaus Hischenbart ja Christos Barnikos heißt er Barnikos ach ja mit A ok ja ich hatte es falsch im Kopf und der andere heißt Ioannis Papainou ja habe ich doch gesagt der ist natürlich ein bisschen schwieriger auszusprechen der Name das gehe ich gerne zu Janis kenne ich sehr gut Papainou wer ist denn der beste griechische Spieler aktuell ja er ach er ist das ja ja schon seit vielen Jahren eigentlich ja früher war Kotronias eigentlich noch sehr gut ah Kotronias ja aber ja es gibt viele griechische GMs mit irgendwie so 2,5,80 2,6 so um den Dreh ne würde ich jetzt mal sagen oder ein paar habe ich so das Gefühl zumindest im 2,5er Bereich sind einige ja 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 so in dieser Partie steht Schwarz natürlich komplett auf Gewinn immer noch Bauer äh Springer mehr Springer gegen Bauer mehr ja kein kein Gegenspiel für Weiß einfach alles abtauschen hier Türme abtauschen Springer noch gegen den Läufer abtauschen und dann nach Hause fahren ja einfach mal den Turm angreifen wieso nicht vielleicht sieht er Schwarz nicht ja sicher ja hat er gesehen schade ja ja der Läufer ist eine Krücke der schwarz fällige Läufer ist natürlich eine ziemliche Krücke ja das Schwarz spielt das gut hier die Bauern komplementieren den Weiß fälligen Läufer ich meine jetzt mal davon abgesehen dass Schwarz eine Figur mehr hat und deshalb auf Gewinn steht das ist die Strategie in so einer Stellung wenn man nur einen Läufer noch hat schönes Feld für den Springer hier auf F4 es droht die Gabe auf E2 aber lässt Weiß ein bisschen rein mit dem Turm das hätte man nicht unbedingt zulassen müssen man hätte auch den Turm auf die Zähne ja dagegen stellen können das gibt Weiß unnötig Aktivität schöner Zug hier Hero greift den Bauern an greift den Läufer an Läufer E3 gleich noch Läufer G3 den Springer angreifen und dann dann dreht sich die Partie ja also das war unnötig Turm AC8 behält alles unter Kontrolle und jetzt auf einmal muss man sich hier Fragen gefallen lassen auch wenn das theoretisch nicht so schlimm ist alles aber muss man nicht zulassen so ich beantworte mal eine Frage hier von Julian die ich sehr häufig bekommen habe in der letzten Zeit Goffin Chess meinte du hast Hikaru eine Roy Lopez Variante mit C4 gezeigt stimmt das ja da wurde ich einmal irgendwie erwähnt in einem Goffin Chess Video und dann kriege ich tausend Nachrichten dass ich da erwähnt wurde ja das ist sehr nett aber ich hatte damit tatsächlich nichts zu tun und wieso der Witz ist das wurde mir auch mehrmals kommentiert wahrscheinlich weil die Leute das scheiß Gotham Video geguckt haben und wie kommt der da drauf das zu behaupten wenn es nicht stimmt naja weil Hikaru eine Variante gespielt hat die ich 2017 gegen Sutowski gespielt habe so eine Nebenwarte ein Berliner mit C4 und das hat Goffin Chess gesehen und hat sich dann gedacht ja da zähle ich mal eins und eins zusammen was jetzt nicht un sag ich mal was jetzt nicht komplett abwegig ist aber ja trotzdem man kann doch nicht einfach spekulieren was soll denn das das ist mir aber ein bisschen häufiger aufgefallen so recherchemäßig manchmal ey boah ich hab da nichts gegen nee okay aber man braucht natürlich einfach irgendetwas auf gut Glück das geht doch nicht naja gut man kann ja schon kann ja schon Vermutungen anstellen vielleicht hat ihm Huschenbeet das gezeigt vielleicht und die Leute machen daraus er hat es ihm gezeigt ja gut so ungefähr aber nee ich bereite die Kau nicht für Blitz- oder Schnellschachtturniere oder sowas vor ähm wobei das war jetzt gar kein das war jetzt er spielt mal wieder klassische Schach nach acht Monaten du hast bestimmt auch Videos dazu gemacht ähm aber da war ich jetzt auch nicht involviert äh ja ich war selber überrascht dass er überhaupt mal wieder klassisch spielt ne das verrückte ist er ist ja Nummer 5 der Weltrangliste nach wie vor das ist crazy ähm war eigentlich gestern noch das Match gegen Wesley Soar das zweite oder war es heute oder ist es heute ich bin auch nicht informiert du bist richtig informiert ich sehe schon nein er hat gewonnen den American Cup aber ah das zweite hat er gewonnen okay ja gut also ich habe ja selber gespielt insofern in Österreich ne ja ja ich muss mich kurz bedanken aber bei Valos danke nochmal lieber nochmal 5 Subs von Valos was ist los Valos Hammer wie hast du denn gespielt in Österreich ich habe nur am Anfang geguckt du hast eine gewonnen habe ich gesehen ja ich habe gut gespielt ähm ich hatte auch drei ja danke danke äh ich habe drei aus vier gemacht also zwei gewonnen zwei Remi und ja ich habe mit Weiß gegen Abasov gewonnen und das war eine das war eine saftige Partie 27 Züge Vorbereitung so stelle ich mir das vor mit Weiß oder Schwarz mit Weiß ja ich hatte drei Weiß Partien das hilft natürlich und ich habe die letzten Runden gar nicht geschaut ja ich wollte mal schauen was ein paar andere machen ja ja ich meine Maxime Wascheler-Graf spielt da wahrscheinlich spiele ich gegen den nächstes nächstes Wochenende ist abgefahren ja bitte schon wieder nächstes Wochenende schon wieder nee nee nächstes das nächste Mal wenn es stattfindet ist zwei nee drei zwei nee drei Wochen glaube ich also die Partie ist vorbei wir haben jetzt nichts mehr weiter gesagt wir haben schon gemerkt dass es matt ist aber es ist jetzt keine große Überraschung gewesen dass Schwarz diese Partie gewonnen hat denn Schwarz hat von Anfang an ja besonder gespielt und die Figur mitgenommen und danach nichts anbrennen lassen insofern haben wir uns da ein bisschen hier auf andere Themen konzentriert was denke ich in Ordnung ist ja GG Turm weg okay möchtest du noch was zur Partie sagen oder ist einfach zu schnell gespielt am Anfang naja was heißt zu schnell er hat nicht zu schnell gespielt nach Dame E7 hat er ja 10 Sekunden überlegt und dann den Springer nicht weggezogen und damit war die Partie im Prinzip schon vorbei er hat nicht auf Drohungen geachtet also es ist halt nicht einfach wissen wir ja Drohungen parieren ist eine der wichtigsten goldenen Regeln und ich glaube wenn ich mal eine Vermutung anstellen darf dann dachte er vielleicht dass das Schwarz auf E4 geschlagen hat oder ich weiß nicht genau und dachte er sich irgendwie diese Warte mit Dame E2 ach ich weiß es nicht na gut gehen wir zur nächsten Partie oder ja ja Sokrates Unlimited Mats Mats 3 ne Sokrates Unlimited Okay die beiden haben sich gepaart hier haben wir diesmal perfekte ELU Match Rating Match und ja kann losgehen bitte stumm schalten und ab die Post Okay E4 auf dem Brett Zodiac fragt ob ich mal wieder eine Folge mache Play Magnus er hat es nicht geplant Zodiac in der Welt zu sein also nicht in absehbarer Zeit ja ich habe ja mal gegen diese App gespielt Ja gibt es die überhaupt noch Ich glaube schon warum soll es die nicht mehr geben Weiß nicht weil die geschluckt wurden von Chester und Kormo Ja aber das bedeutet ja nicht dass sie alles absägen Naja Sokrates Unlimited hat auch mal ein Weißrebatte aber spielt es hier nicht Sokrates was ist da los bei dir du hast den Kurs noch nicht genug studiert Wieso Ich gewinne mit erstens E4 da empfehle ich Springer C3 statt Läufer D3 aber gut Läufer D3 ist auch sehr solide kann man natürlich machen Zweimal russisch jetzt hier in den ersten beiden Partien Trendy scheinbar C3 Läufer C2 D4 ist hier so ein typischer Aufbau Es wurde tatsächlich Wer hat das gespielt? A und Jan Dominguez haben das jetzt glaube ich auch gespielt bei dem American Cup so in der Art sag ich mal oder war das oder war es A und Jan So irgendwas die haben ja echt 1000 Matches gespielt Ah die wollen Stafford gematcht gehen ja das kann sein wobei Turmweg hat das nicht gespielt eben weiß ich nicht gegen Raga hast du schon wieder Remy gemacht ja ja Raga ist sehr solide ich dachte ich probiere es in dem Endspiel aber nichts rausgeholt ja Berliner Berliner Verteidigung ist ich trau sie auch nichts mehr naja hat gesehen was mit Abasov in der Runde davor passiert ist ich meine man darf ihn nicht vergessen wir haben um 9 Uhr morgens gespielt wegen der Zeitumstellung noch das ist schon arg früh ja insofern war ich auch happy dass wir ganz entspannt spielen und Endspiel und kann erstmal nicht so viel schief gehen ist dieses 10. A3 ist das so mit neuer Shit den man sich anschauen kann ja das neue Shit ja das ist sehr gefährlich für Schwarz ich meine er kannte es er hat es schon gespielt gegen Ganguly und deshalb naja konnte ich auch mich sehr intensiv oder sehr tief auf die Souverte vorbereiten und er kannte es bis also Abasov kannte es bis weiß nicht König D8 oder noch weiter aber die Stellung ist so scharf und schwierig das ja hat nicht ausgereicht er kannte es nicht weit genug aber ja 10. A3 falls du was brauchst mit weiß Können wir nochmal anschauen na gut ja die Variante ist 4 Springer Spiele ist echt ist Hardcore ja aber ich wundere mich spielt der später als immer ne aber ich habe so ein bisschen gegambelt dass er dass er das spielt was heißt gegambelt ich habe meine Vorbereitung darauf ausgerichtet dass er spielt also mehr Zeit darauf verwendet er hätte auch Berliner spielen können oder K.O. Kahn oder Sveshnikov also mit Springer C6 Zugreinfolge aber ja ist diesmal ziemlich gut aufgegangen ja also hier ist nicht so viel los ne also ausgeglichen ne ne denk ein bisschen zu lange nach müsste jetzt mehr Figuren ins Spiel bringen Läufer D6 ein guter Zug um Weiß an der Entwicklung des Läufers auf C1 zu hindern ja aber bring mehr Figuren rein jetzt hier zwei Minuten reinstecken das kann nicht der Weg sein Springer D2 Springer F1 Springer G3 irgendwie sowas Weiß hat hier keinen Vorteil Schwarz hat sich gut aufgebaut aber weiterspielen ne Springer E5 auch interessant Ja Springer E5 finde ich gut Droht nichts also Schwarz kann cool bleiben Ja aber der Springer ist lästig Turm E8 ist ne Idee Turm E8 wäre logisch Springer E7 ist auch ne Idee mit der Idee Läufer E5 Ja ich würde eigentlich direkt gerne den Springer einmal befragen und Weiß fragen ob er wirklich F4 spielen möchte oder oder weiß nicht einen Zugeläufer F4 Mh Aber F4 ist natürlich aggressiv aber auch zweischneidig weil das Feld E4 geschwächt wird und das könnte ein Nachteil sein aber ich meine manchmal kann man das machen ne F4, G4 nach vorne Ja Ist immer so die Frage Jetzt jetzt geht auch Schwarz in den in den Tank Denk lange nach Wie war es denn bei dir so Du hast Stockholm gespielt ne und das war auch ganz gut wenn ich mich insinne Stockholm war sehr gut Sehr gut Ja Springer die 7 ist nicht gut da haben wir die 3 hier Ja dann muss der Springer wieder zurück ne Ja 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 das freut mich dass dass du ein gutes Turnier hattest nach den sag ich mal beiden davor die nicht so gelaufen waren Ja Sommer war kacke genau Aber jetzt habe ich nur zweite Bundesliga gespielt und sonst nix Aber das habe ich auch gesehen du hast irgendwie gegen gegen Safling gewonnen oder sowas oder war es schon früher Ja da hatte ich aber Glück dass er was eingestellt hat Rabi Garemi aber das auch kein keine Kunst mehr inzwischen mit weiß vor allen Dingen ich stand auch klar auf Gewinn Okay Und dann habe ich noch gegen starke Großmeister verloren Ja okay Also Also mehr oder weniger normal Ja Ja eigentlich schon Ja Ich habe gehört die zweite Bundesliga bekommt ein anderes Gewand Ja ab nächster ab übernächster Saison aber ne Ach übernächster Saison haben sie es noch um eine vertagt Ich weiß nicht ob es vertagt wurde aber es läuft eine Saison noch normal dann gibt es vier Absteiger aus allen Ligen und äh sechste muss in die Relegation und die ersten fünf kommen sicher durch für die neue dritte Liga dann für alle die neue dritte Liga bitte ist ja die Zusammenlegung der vier zweiten Ligen die wir im Moment haben Auf Nord und Süd ne Das weiß ich gar nicht so genau aber ich glaube ja Das habe ich gehört Ja Da müssen wir mal schauen dass nächstes Jahr drinbleiben HSK Und wie ist es bei der Frauen Bundesliga Wie ist das gelaufen? Da gibt es noch eine zentrale Endrunde in Bad Königshofen 29. April bis 1. Mai Bad Königshofen ist eine kann man noch nicht mal Stadt nennen Das ist ein ja Ort kleiner Ort in Nordbayern Was ist das? Frankenland Okay Frankenland Okay Dann nicht mal mit einer eigenen Bahnstation äh fahren mit dem Auto hin natürlich Mhm Und Eine ganz schöne ganz schöne Reise Ja Okay Und wie sieht es aus bei euch? Ja Mittelfeld und wir haben einen ganz wichtigen Kampf gegen Hema gewonnen in der äh fünften Runde war das glaube ich das war so Dua Dime Match und dann haben wir total Oh ne Oh ne Was ist denn das? Dame EF6 Oh Gott Oh Gott Das sieht gefährlich aus mit Dame E8 hier zuzulassen Oh Schwarz Nein Dame EF6 ist Ja Warum überhaupt Warum überhaupt Das hält sich noch an Grenzen aber ja vielleicht kann weiß mit Läufer C6 anfangen Das Dame E8 schlau Schwarz Springer EF8 finden Mhm Ja Aber dann Ja Ja Stimmt Dann kann man auch noch Läufer C6 machen Keine Entwicklung Ja beide Seiten haben hier die Entwicklung noch nicht abgeschlossen Weiß auch noch den Läufer auf C1 Turm auf A1 Immer wieder erinnern wir an die goldenen Öffnungsprinzipien das Bevor man irgendwelche Spirenz hier macht alle Figuren mitspinnen lassen Wobei ich sagen möchte der Zugläufer A4 hat mir gut gefallen von Ja Von Sokrates Der steht da Der steht da unangenehm irgendwie für Schwarz Ja Schwarz hätte unbedingt Springer EF6 spielen müssen Den Läufer rauskriegen Den Bauern D5 decken Ja Dame EF6 war total sinnlos Es droht ja auch kein Dame EF4 oder so Was will er da mit der Dame? Ja vielleicht Na gut Jetzt können solche Ideen wie Laufstück H3 manchmal in der Luft liegen Aber Ja aber der Turm hängt dann erstmal Ja Ich meine nur generell Ja Selbst mit dem Turmopfer Aber Ja Es ist schwer vorstellbar dass das funktioniert Oh Warte mal Weiß ist Denkt aber eh nicht nach Weiß denkt zu lange nach hier Das klappt Oh das klappt Der geht so Aber Läufer B7 Ist Ein Problem Aber sehr lustiger Zugläufer D7 Lustiger Zug Kreativ Der Läufer ist gefestet Der Springer ist gefestet Aber nach Läufer B7 Muss sie da mitziehen Und dann geht der Springer auf D7 verloren Also das war Ja Oh hat er gesehen War leider ein Griff Ihr wisst schon Ja das war Ein Eigentor Eigentor ja Das trifft Aber das war natürlich auch so ein bisschen Zufall Ich meine Schwarz Es hätte funktioniert Wenn er Was Ja wenn er Wenn er es anders gemacht hätte Wenn er Läufer C6 Früher nochmal eingeschoben hätte Wenn der Turm auf B8 steht Aber Ich meine selbst dann Ja wohl Ja ich weiß nicht So ganz traue ich dem nicht Dass es wirklich funktioniert Aber jetzt Schwierig Dennis fragt ob ich wieder Videos und Analysen mache Zur WM Ja Dennis Na klar Da komme ich wieder Aus der Ruhepause Komme ich wieder zurück Ich meine wenn man ein Event im Jahr Covern sollte An das Auch wenn es natürlich nicht dasselbe sein wird Wie sonst Carhook1 Danke für den Sub So mal schauen ob Schwarze schafft jetzt Den materiellen Vorteil nach Hause zu fahren So wie Turm weg In der ersten Partie Mit einer Figur mehr Sollte das eigentlich eine Einfache Sache sein Zumindest auch eine Minute mehr auch Ja die Minute schwindet aber Langsam Mal sehen Mal sehen Auf jeden Fall hier Widerstand von Sokars Hess Immer auch der Läufer sollte ins Spiel kommen Turm ins Spiel kommen Ja Dami 5 ist leider ein schlauer Zug Damen tauschen Immer abtauschen Dem folgt Schwarz hier ganz gut Die Schach-WM startet am 8. oder 9. April Oder sowas Also es gibt noch keinen genauen Zeitplan Doch 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 Ja Gibt es ja Mittlerweile schon Wo hast du es gesehen Verschiedene Stellen Am 9. April startet es Ist die erste Partie Aber 7. April ist Eröffnungsfeier oder sowas Ja Anreise ist wahrscheinlich vorher noch Aber 9. April ist die erste Partie 12 Uhr Mitteleuropäische Zeit Weil die ja in Kasachstan spielen 5 Stunden Äh Ich glaube Ne 3 Stunden Zeitum Zeitverschiebung Ja 3 Uhr Kasachstan Ja So Mal gucken ob Schwarz das jetzt hier locker nach Hause fährt Aber ja Nimm weg das Ding Nimm weg den Läufer Alles tauschen Was man tauschen kann Sprüche Nicht auf Zeit verlieren Nur das nicht Äh Ja Dann kann der Gegner Keine Fehler mehr machen Hat er auf Zeit So Ja Ja Willst du was sagen Zur Partie Ja war eigentlich alles gut Nur Taktik Ne Also Schön gesehen Einerseits Aber auch wenn man Taktischen Trick findet Muss man natürlich schauen Ob der funktioniert Und dieser funktioniert Er leider nicht Und damit war die Partie Mehr oder weniger gelaufen Und ansonsten Ja Ein bisschen weniger Zeit in der Öffnung Und vielleicht aufwenden Gerade in so einer Stellung Wo eigentlich jetzt nicht viel passiert Das ist komplett symmetrisch Erstmal die Figuren ins Spiel bringen Man wird Die Zeit später noch brauchen Vor allem in einer Blitzpartie Da muss man sich die gut einteilen Okay Okay das wär's Dann zur nächsten Partie Wen haben wir dann Äh Bogenko Gegen Der ohne Namen Der normalerweise Überhaupt kein Der hat ja kaum Partien Auf seinem Account Der ohne Namen Der ohne Partien Sollte eigentlich heißen Meinst du Ja 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 fangt ruhig an Das ist kein Ding Ihr könnt aber natürlich Mal Kanalwette Eure Kanalpunkte platzieren Freunde Auf tbg So Der ohne Namen wartet Da ist der Zeitplan Ah ja 9. April Erste Partie Alles klar Aha Mitchell Gambit Interessant Wann bin ich denn hier noch nicht in der Partie Was ist denn hier los Der ohne Namen spielt jetzt Dachte ich Tut er auch Oh Mann Ist das nämlich einen anderen Der ohne Namen Oder was Der Bindestrich Ohne Bindestrich Namen Habe ich doch hier Bin ich doof Bindestrich Nicht Unterstrich Ist ein Unterschied Chat So B6 Kein guter Zug Einfach weiterentwickeln E5 Was sollen die E5 Figuren entwickeln Gott Ich meine Bogenko ist ein fortgeschrittener Spieler E5 Ich gehe kaputt Springer Zitrat Raus Ja mach einfach Bogenko Dann Und dann drehe das Ja mach ich Bogenko Komisch Ich war hier schon Auf der richtigen Seite Arme F4 Arme F4 Um Gottes Willen Was macht der da Das ist jetzt Springer E7 Springer G6 Ist der Bauer schon E5 ohne Not Leute Entwickelt euch Entwickeln 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 Bauen ins Zentrum Entwickeln 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 König in Sicherheit Bring Goldene Regeln Nicht Dann könnt ihr Dann seit der Mittelspielung Könnt dann über Angriffszüge nachdenken Etc Außer der Gegner Stellt was ein Das ist das alles Beherrschende Thema In Subbattles Wobei die beiden Eigentlich mit 1800 Eigentlich schon weiter sind Dachte ich zumindest Bei Bogenko Aber das hier Verlegt ja so lange Komplett überfordert Mit der Stellung Ne ich war schon Auf der richtigen Seite Ich weiß nicht Warum das hier nicht Funktioniert hat Aber ich finde es Interessant was in der Beschreibung steht Hi ich bin 12 Jahre alt Und schaffe es nicht Einen Tag ohne Cessins auszuhalten Lieblingsöffnung Italienisch Vorbild Magnus Carlsson Niklas Huschenbeet Ich liebe den Schachtel Das ist so viele tolle Opfer Und Taktiken gibt Dass das Spiel so komplex ist Dass selbst die besten Computer das Spiel Nicht ausanalysieren können Ja Okay Basic Chess Basic Chess Coach Danke für die 100 Bits Was trägst du da Für ein T-Shirt Mallorca Warum Nein ich konnte das nicht Ich kann das nicht So genau sehen Das ist nicht schlimm Ich bin jetzt Mikros Springer E7 Springer G6 Ist sehr logisch Schwarz gewinnt dann noch Ein Tempo Die weiße Dame Nach G3 Okay Springer A6 Ist nicht ganz so gut Springer A6 Das steht da nicht so dolle Weiß muss ich aber weiterentwickeln Er denkt zu lange nach Hier über simple Züge Wallos Danke für die 200 Bits Wallos geht heute ab Wobei Wallos ist glaube ich Neu dabei Der Name der sagt mir gar nichts Kannst du mir mal in den Chat Reinschreiben Ob du schon häufiger dabei warst Wallos Ja aber auch hier steht Schwarz eigentlich okay Weil er besser entwickelt ist Wobei der Springer A6 Ich weiß nicht warum er Springer A6 gemacht hat An den Rand Ist natürlich nicht gut Besser Springer E7 Springer G6 Um noch ein Tempo mitzunehmen Aber Aber auch das ist Müsste okay sein Für Schwarz alles Wobei Dame G3 Ja Dame G3 kommt Springer A5 Ja das geht noch Ich habe gerade geschaut Schauen wir Fangen die Partien aber schon Die WM Partien schon Um 11 Uhr an Ist 15 Uhr lokale Zeit Für 11 Uhr Ja Ja Hattest du das schon gesagt Sorry Nein hatte ich nicht Ich hatte mich vertan Ah okay okay Aber Kasachstan Muss ja mindestens 4 Stunden Ja Aber krass So Fang früh an Naja Ja für uns Was heißt für uns Ja die fangen um 15 Uhr Ortzeit an Ja Ja für uns Klar Ja Meine ich Naja ist besser Als es das eine Mal In New York war Wo dann Das immer Alles ganz spät wurde Ich weiß Es ist 2018 Die erste Partie Die war so super lang Und dann habe ich glaube ich Mein Analyse Video Irgendwann nach Mitternacht Oder so aufgenommen Ja das ist nervig Wenn man so spät aufnehmen muss Insofern ist das praktisch Praktisch für uns Denn auch wenn sie jetzt Acht Stunden spielen Wie bei der letzten WM Dann ist das immer noch Alles im Rahmen Der Schredder Danke für die Subs Wieder fünf Stück Was denn los heute hier Geil Auf geht's So der C2 ist angegriffen Läufer B3 ist hier der logische Zug Ich weiß nicht Heute Bogenko muss ich sagen Also irgendwie komisch Was ist das denn? Geht auf Angriff Ja wahrlich Okay Droht Läufer F7 So ein bisschen Aber was heißt Springer F7 Droht vor allen Dingen Aber das kann man ja abwärten Damit können wir es umgehen Dame E7 Sieht logisch aus Aber es gefällt mir alles nicht Egal 150 Bits von Dioglis Danke Ja Schwarz kann das abwärten Mit Dame E7 Einfach Dame E7 Sieht gut aus Dame ein Spiel bringen D3 sollte man nicht spielen Dann kommen auch ein Passant Turm F8 geht natürlich auch Okay Ja Dame E7 war schon logischer Ich denke Springer E4 ist gleich sehr gefährlich Deswegen hätte mit Dame E7 Mehr gefallen um E5 zu attackieren auch Aber gut Schwarz ist dran Okay Jetzt sieht es ein bisschen besser aus für Weiß Oder? Ja auf jeden Fall Irgendwie die Schatzfiguren Die Springer stehen auch ein bisschen komisch Ich würde mal D5 jetzt irgendwie probieren Vielleicht Aber es kommt auch A3 A3 Oder D6 vielleicht Aber vielleicht D6 Um hier irgendwie das Zentrum mal aufzumachen Boah Ich muss mal kurz Valos extrem danken Der geht völlig ab 25 Subs mal eben gegiftet Nochmal Alter Das sind jetzt schon 35 insgesamt Krass Ich glaube der ist wirklich neu in der Community Der Name sagt mir nicht so viel 25 Subs So viel habe ich glaube ich noch nie bekommen Ich weiß gar nicht Noch nie? Ja Mensch Ja auf einmal Auf einmal Ich glaube wir müssen einfach immer wieder seinen Namen sagen Und je häufiger wir ihnen sagen Bist du wärst du, was gibt es Also Grüße gehen raus an Valos Valos 25 Subs Das sind ja über 100 100 Mark, ne? Mark vor allen Dingen, ja 125 sind das Ungefähr E6 gespielt Ich bin Impressed Von der ohne Namen Hoffen wir mal, dass der Mikro Das sein Äh Valos Valos Ja ich weiß nicht Springer E4 Hier sieht interessant aus Schlagen auf die 6 E6 Viele interessante Züge für Bogenko Denk doch nach Aber E6 sieht ja total gut aus Ah und dann Springer schlägt E6 Ja Boah E6 sieht richtig gut Doch Springer schlägt E6 Ja E6 Springer schlägt E6 Klar Uiuiui Das ist der Zug hier Aber er denkt mir zu lange nach Ist Er ist unglaublich langsam Wir haben den 12. Zug Er Was ist das denn Läufer E3 Naja Er dachte sich Er muss jetzt mal einen Zug machen Laura Molli Danke fürs Ja Mare Grüß dich erstmal Ich bin ein bisschen krank Ja Aber auf dem Weg der Besserung Also Ja Erkältung mir Abgeholt irgendwo Beim Reisen oder so Aber Wird schon wieder Guten Abend Peter So Ja Neben auf E5 Und dann Springer G4 Vielleicht Ja Na gut So geht es auch vielleicht Dame E3 Springer G4 Soll den Bauern schlagen Vielleicht Nein Das ist viel zu schnell Das gefällt mir auch alles nicht Das ist schon wieder Springer G4 Ist der Bauer weg Einfach weg Ja Also ganz einfach Ist es nicht Er nimmt den Aber er macht es aber nicht Er macht es aber nicht Ja Er nimmt direkt Jetzt müssen wir sehen Dame E5 geht Weil F6 nicht geht Der ist gefesselt Der F-Bauer Ja aber irgendwie Du bist nicht zufrieden Obwohl ich glaube Weiß steht hier besser Weiß steht super Die Springer stehen komisch Weiß müsste besser stehen Aber Er hat kaum Zeit Er hat viel zu lange Nachgedacht Für diese Stellung Na gut Egal Turm AD1 Kann kommen gleich Ja aber Schwarz muss das unternehmen Turm E8 Vielleicht erstmal Oder Dame F6 Wenn wir die Damen tauschen Naja Ne Schön ist das alles Wohl nicht Zumindest der Läufer B7 Der ist stark Ja der lässt sich Ein bisschen Zeit Jetzt Weil er sich natürlich Auch unsicher ist Das ist ja klar Ich meine Springer G4 Sieht auch interessant aus Mit der Idee Springer F6 Den Springer um zu gruppieren Der steht ja total schlecht Auf H6 Ja Ja Ein paar Optionen Auf jeden Fall Sollte er sich nicht zu viel Zeit lassen Denn ich meine Das ist eine volle Stellung Die zwei brauchen beide Seiten noch Jetzt hat er wirklich lange überlegt Springer G4 Okay Springer G4 So die Dame ist angegriffen Muss den Springer decken Deswegen Ne Dame F5 Oh Dame F5 Ja Oder Dame Was ist denn mit Dame F4 Wir pappen Nasen Warum Dann Springer F6 Ach so Der Springer auf B4 Boah Jetzt sind wir schlecht Ah der Springer auf B4 Ja So viele ungedeckte Figuren hier Ja ja Aber Turm AD1 Turm AD1 sieht super aus Komm Ja Dame C8 Jetzt nochmal schneller spielen Ja Sie müssen schneller spielen Beide Dame C8 Das hält sich alles noch in Grenzen Der Springer auf F6 Deckt auch D7 Dame E7 Oh jetzt kommt der andere Turm nach Ja 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 Die Dame ist schon fast weg Muss nach C5 Aber dann tauscht Weiß ab Bringt den Turm auf die siebte Reihe Dame E7 Das war Oder Turm E5 Aber kommt Dame C6 Ja Das war jetzt ein fetter Fehler Man kann nehmen aber Ja Nehmen Turm E7 Das ist Crushing Uh Turm E5 Dame C6 Dame C6 Da droht Matt Oh Gott Er zwingt ihn Er zwingt ihn Er zwingt ihn Nein Komm ein einziges Feld für die Dame Er hat doch noch an C6 Was überlegt Es droht Matt Sieht er es oder sieht er es nicht Ja das sieht er Das ist eine Batterie Das wird er sehen Die Batterie Aber wie verteilt er F3 Oh er hat es gesehen Er hat es gesehen Aber jetzt ist Schwarz Auf jeden Fall zurück In der Partie einigermaßen Erstmal den Springer vertreiben Oder H6 Aber dann kommt das Opfer bestimmt Schon auf F7 Es ist nach wie vor schwierig Und keine Zeit Oh das ist Drama A5 Ui Turm E4 Was Das kann mir dazu ziehen Er tauscht die Dame Er tauscht die Dame Was kommen denn jetzt Züge Hat er nicht gesehen Hat er nicht gesehen Na klar Die Dame hängt Die Dame hängt Nimm die Dame weg Na los Nimm die Dame weg Die Dame hängt Bitte die Dame Nimm die Dame Hallo Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Bitte verliere jetzt nicht auf Zeit Bitte nicht Bitte nicht Komm Du bist jung Du bist schnell Auf geht's Auf geht's Nimm den Springer noch weg Ja schön Alles wegnehmen Alles wegnehmen Ja jetzt sind wir Springer Ach ja Ja Läufe F3 Jetzt ist er aber hier Puh Jetzt geht's aber nach vorne Läufe F3 Sehr stark Turm noch wegnehmen Alles wegnehmen Komm Ja Ja Komplett Burgeek hat komplett die Nerven verloren Als die Zeit dann runterlief Also Ja Ja vor allem Er hat viel zu langsam gespielt Die Eröffnung Die Eröffnung war nicht gut Man muss schneller Figuren Springen Dieses B6 ist ganz schlecht am Anfang von Schwarz Ähnlich Figuren ins Spiel B6 ist doch Läufe C5 Ja aber die Dame geht in den Mittelgambit Immer nach G3 Und greift G7 an Einfach Springer C3 Läufe raus Lange Ruchharde Dame G3 Angriff gegen den Königsflügel B6 ist ganz langsam Das ist ja schon gut für weiß E5 Nein Und dann hatte Schwarz Dieses Springer H6 Hier Statt Springer H7 Nach Springer H7 Denke ich Sollte Schwarz besser stehen Statt Springer H6 Ja Und dann Nach G6 Direkt gegen den Bauern Ja Und dann stand Weiß besser Auch bis zum Schluss Als er die Dame einstellt Denke ich Da sollte Weiß besser stehen Ja Er kann einfach tauschen A3 spielen Wobei Der Turm hängt Er müsste den Turm ziehen Aber tauschen Tummi 7 rein Wie Niklas gesagt hat Klar besser für Weiß Er hat leider vergessen Dass die Dame auf der F5 hängt Schade Okay Damit steht es 2 zu 1 Für Tim Hoshin Und weiter ganz gehen Mit Dennis Gegen Keulen Okay So Die beiden haben sich schon gepaart Dann Stummschalten Und ab geht die Post Den Nütz Den Nütz Das heißt Wir haben heute einfach Keine Partie Mit 3 plus 2 Oder wie sehe ich das Scheinbar nicht Oder Da steht überall 5 3 Ich dachte unter 2000 Wäre 5 plus 3 Und bis Und über 2000 Wäre 3 plus 2 Oder habe ich das Falsche im Kopf Martin Hier Frage an die Mods Okay Wir haben Kaukann Dennis Du hast doch auch Mal ein Weiß Repertoire Niemand spielt hier Meine Empfehlung Ich bin wirklich Ich bin wirklich enttäuscht Naja Was hast du gegen Franz Gegen Skandinavisch Ne gegen Kaukann Ach ne es war Achso Moment Sorry Ich dachte es war Kaukann Aber er ist nach dem dritten Zug geschaut Ja die Variante habe ich auch drin Den Bauern mitnehmen natürlich hier Guck doch genau hin Niklas Ja Ich meine Wenn man nach dem dritten Zug schaut Dann könnte man wirklich denken Es war Kaukann oder nicht Naja Aber gut So jetzt Figuren rausbringen Und Weiter geht's Alles klar Ja Martin Georgis Wollen wir die letzte Partie auch 5 plus 3 da machen Oder soll die 3 plus 2 Die letzte Was ist das Flosen Ja die haben 2.200 Mir ist egal Ja wir können eine schnelle Partie machen Weil Ich meine Wir haben jetzt 3 Partien gesehen Und es ist schon fast eine Stunde rum Ähm Insofern Ja 13 Partien Ja machen wir 3 plus 2 Für die letzte Partie dann Jack Trent Bruder von Lawrence Wahrscheinlich Jack Ryan Jack London Ja Also bist du ja jetzt Solide Aufbau Ich weiß nicht Ich hätte Springer C6 gemacht Mit Schwarz Nicht Springer D7 Das Das Blockiert den Läufer Auf C8 Immer versuchen So natürlich Wie möglich Die Figuren aufzustellen Ja Die natürlichen Felder Für die Springer Sind F6 Und C6 Außer es spricht Irgendwas dagegen Würde ich dir immer Dort aufstellen Ja Die Frage ist Wie bringt er den Läufer Auf C8 ins Spiel Jetzt macht er noch Ein Bauanzug Und Irgendwann ist es zu spät Und dann Hat er größere Probleme Mhm Okay Jetzt können wir Die Struktur ändern Wäre interessant gewesen Aber wollte er nicht Läufer schlägt So jetzt hat der Läufer Wieder freie Bahn Sag ich mal Aber ist auch die Frage Wo stellt man den hin Irgendwie so ein richtig gutes Feld Gibt es nicht Auf G4 Da wird er später bald wieder angegriffen Und kann eigentlich bleiben Auf der Diagonale Denn wenn er nach H5 zieht Ist er weg mit G4 Ja greift die Dame an Weiß kann sofort F3 machen Oder die Dame wegziehen Wie ist ihm beliebt Mehr gibt es da jetzt nichts zu sagen Was er macht Er zieht sich zurück Naja Da haben Zugehör besser gewesen Denn das war so ein bisschen Das Sorgenkind von Von Schwarz Dieser Läufer Ja die Stellung ist sehr ausgeglichen Jetzt Wir haben eine Karlsbader Struktur Nennt sich das Kennt man aus der Karokernverteidigung Aus Damen Gambit mit Weiß Ja nicht mit Weiß Generell Prinzipiell steht hier der Springer Auf C3 Etwas falsch Der Müsster D3 ist hier Das beste Feld Für den Springer Um E5 und C5 anzuvisieren Schwarz kann versuchen B5 und B4 zu spielen Hier Ja Weiß nichts macht Ja Ja Weiß möchte eigentlich Am Königsflügel spielen Prinzipiell Aber das ist nicht so leicht Umzusetzen jetzt Nicht mehr so viel Angriffsmaterial Daher würde ich Schwarz schon ein bisschen Bevorzugen hier Aber sollte alles Sehr ausgeglichen sein Ist natürlich eine schwierige Stellung Wenn man die Pläne Hier nicht kennt Für beide Seiten Also Selber darauf zu kommen Ist nicht offensichtlich Ja man muss sich fragen Wo greift man an Also ich meine Ja B5 B4 Liegt auf der Hand Weil Das Problem ist Hier sofort B4 Wäre wahrscheinlich Ungenau Ja wahrscheinlich Kann man es machen Aber Ich würde zuerst Turm C8 spielen Vielleicht Die Dame raus Gut Weiß verhindert es erstmal Ja Aber es steht auch erstmal Da Kommt man nicht so leicht weiter Ja Das fiel mal Eine Frierspiel hier Turm C8 Sowieso nicht Da stehen die Springer Auf beiden Seiten Perfekt In diesen Strukturen In der Regel Springer E4 Verliert einen Bauer Oder Einfach abzählen Wie oft greift weiß an Das Feld Wie oft deckt schwarz das Feld Dann ist der Springer Dann ist der Bauer weg Ja Den nehmen wir mit Würde ich mal sagen Zack Ohne Not Ist jetzt ein Bauer weg Den müssen wir hinterherlaufen Ja Und jetzt Verfällt schwarz Ein bisschen Panik hier F5 Greift zwar die Dame an Aber darüber hinaus Schwächt es die schwarze Stellung Und den schwarzen König Das ist kein Zug Den man Spielen sollte Problem mit den Bauernzügen Ist immer Man kann sie nicht zurücknehmen Und der König ist jetzt einfach Langfristig Hier ein bisschen offener Auf der siebten Reihe Und auf dieser Diagonale Deshalb vorsichtig Mit den Bauernzügen Vor allem vor dem König Denn Ja Man kann es nicht zurücknehmen Der Bauer auf E6 Ist jetzt auch eine Schwäche Die weiß über die Halb auf eine E-Linie Angreifen kann Turm C8 Guter Zug Greift den Bauern an Weiß kann ihn einmal vorziehen Dann hat er hier Eine sehr sichere Struktur Ja Schwarz hat quasi keine Angriffsziele A5 Das muss der Versuch sein Das irgendwie aufzubrechen Aber Stell ich mir schwierig vor Terminal Mitte Gute Idee Turm nach D1 Turm nach E1 Ja Dennis spielt das Gefällt mir gut Wie er spielt bisher Sehr besonnen Sag ich mal Ja der Turm hat nichts Auf F7 zu suchen Das ist nicht klar Warum man den da hinstellt War das jetzt auch Die läuft der F-Linie Angreifen Aber Naja Das ist unrealistisch Die ist ja nicht offen Ja da passiert nichts Kann abtauschen Achso Und Weiß Blockt alles direkt Und jetzt wird sich Schwarz fragen Ja Meine Türme stehen dann Nicht so doll Ja Weiß hätte noch Ein Bauern gewinnen können Ja Auf E6 So Valos ist jetzt auch bei mir 2 Euro gespendet Und sagt Hier kann ich mit einem Döner supporten Das war aber Das ist ein Döner aus den 2000er Jahren Für 2 Euro Aber ich danke dir natürlich Valos Grüß dich Schön dass du auch hier dabei bist Und danke für den Support So Wie geht es weiter Hier Jetzt holt er sich den Bauern Oder Ja Schwarz schlägt sich selbst Gerade Er stellt Ohne Not Bauern ein Der nächste hängt auf E6 Der hat ja eher 5 gespielt gehabt Vorher Und es ist alles ohne Not Die Damen tauschen Jetzt eher nicht Aber Ja Mit oder auch eine Dame Ist es jetzt hier Objektiv Natürlich nicht Ja Er lässt die Dame Auf der Diagonale Schwarz Das ist das zweite Boteskabett jetzt In zwei Taten Was ist hier los Die zweite Dame Die wir hier verschenken Oh no No Nimm die Dame weg Nimm die Dame weg Das abgelehnte Boteskabett Ja Mensch Ja Mensch Ja das Das hätte es doch erleichtert Wenn mir die Dame genommen hätte Schade 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 Die diagonalen Züge Die diagonalen Züge sind Ich glaube das sind so die schwierigsten Die diagonalen Rückwärtszüge Weiß ich nicht Ja Ja Spiel B4 oder so Dann hast du wenigstens noch ein bisschen Spiel Oder den Ansatz eines Spiels Gut Debar nach vorne Ja Dennis ist vor kurzem In den Schachverein eingetreten Und Ich weiß gar nicht Ob er schon seine erste Liga Partie hatte Aber Freut mich sehr zu sehen Wie Ja sag ich mal Neu beim Schach Oder seit einiger Zeit Und jetzt Die ersten Schritte Sag ich mal Im Vereinsleben Und Dann richtige Partie Ist ja alles sehr aufregend Bist du ein junger Spieler? Ne Aber jetzt Ja Weiß gar nicht wie alt Dennis ist Wie alt ist Dennis Martin? Ich will nichts Falsches sagen Anfang 30? Ich glaube so über den Dreh Ja Hat Den Kurs Schach für Gewinner gemacht Den Einstellkurs bei uns Und jetzt Macht er den nächsten Kurs Und verbessert sich Schön zu sehen Hier Hat er auch schon im letzten Sub Gespielt Und Das sieht auch gut aus Was er hier macht Gut die Dame Hätte er mitnehmen sollen Aber ansonsten Ja Tade los Mitte 30 Sagt Martin Ja Anfang bis Mitte 30 Hätte ich jetzt auch gesagt So Schwarz sollte man Genau Den D6 Ja jetzt muss er tauschen Jetzt hängt der D6 Muss man König F7 machen Ja aber das Also das Endspiel Ich kann es doch gleich Ich weiß Den D6 wird er kriegen Den D6 kriegt er vielleicht Turm E1 jetzt Muss man noch arbeiten hier Und je geringer die Zeit wird Desto Schwieriger wird die Verwertung Okay komm Turm D8 Versucht er den D6 abzuholen Wenigstens Naja Weiß kann Turm E7 spielen dann Aber Muss er erstmal finden Ja gut Außer Turm D8 Gibt es hier nichts Alles andere Es sind keine Züge Keine Züge Ja aber es gibt ja keinen anderen Zug Der irgendwie einigermaßen Sinn ergibt Sonst Ja okay Er hat Angst vor Turm E7 Unende Ja aber das kann er nicht verhindern Ja deswegen denkt er jetzt so lange nach Er fragt sich was er dagegen machen soll Aber es gibt halt nichts Es gibt nichts ja Ja er geht weg weil er Angst hatte vor Turm E7 Und Ja Ja dieses immer diese automatische Ja gut Das ist jetzt hoffnungslos verloren Ja aber nach Turm E7 war es sowieso vorbei Jetzt kann Weiß einfach den König ins Spiel bringen Nein Hier hast du perfekt schon die Den Aufbau Wenn Schwarz abtauscht Dann geht Weiß in das gewonnene Bauern In den Bauern mehr Insofern kann hier Schwarz gar nichts mehr machen Jetzt hat er den Turm wieder freigelassen Klar drei Bauern mehr ist auch eine schöne Sache Aber Musste nicht sein Das macht es jetzt wieder ein bisschen schwieriger Würde ich behaupten Ja ist super eng Das wird immer richtig spannend Der A-Bau wird er bestimmt noch aufhalten Ja muss den Turm über die A-Linie hier rüber bringen Aber ja das ist viel spannender zu sein Der König sollte aktiv gehen König D5 König nach vorne König C5 Das ist zu passiv Der König muss nach vorne Wenn man irgendwie Gegenspiel erreichen will Im Endspiel B4 Okay Ja Schwarz auch keine Zeit mehr G5 Guter Zug Turm B5 Ja jetzt G4 Boah G4 wäre kritisch geworden glaube ich Das ist jetzt entspannter Jetzt hat der Turm die Kontrolle Turm G3 Okay Kann man König D2 nochmal machen Das geht auch Ja weiß behält zwei mehr Bauern Aber Schwarz kämpft Schwarz kämpft H4 Oder Turm H4 Ist doch nicht vorbei Gib jetzt den Bauern ab Das ist immer spannend hier Ja das Jetzt wird es sowieso Das könnte schon objektiv Remi sein B5 Ja jetzt ist glaube ich Remi Turm H5 Oh den König Schach geben Oh damit hilft der Weiß Damit hilft der Weiß Ja aber die können keine Turm entspielen Ist ja klar Das hat Weiß geholfen Ohne Ende Diese Schachs Ja Das ist fast matt Aber nur fast Jetzt Turm C7 nochmal Nochmal ein Schach Ja das bringt leider Auch nicht so viel Wegen Turm A3 Dann muss der König Wieder zurück Komm auf A1 muss man Man muss immer so weit weg Wie möglich vom Gegnerischen König Um von dem Schach zu gehen Ich habe gesehen Du hast dieses Endspiel Gegen Stockfisch gespielt Ja aber ohne Ohne eigenen Bauern Ja genau Ohne gegnerischen Bauern Ja schon klar Es ist schwieriger Als ich dachte Ja Ja gegen perfekt Verteidigung Ja aber Gegen perfekte Verteidigung Ist halt schwierig Ja aber Das ist ja jetzt nicht Das ist ja jetzt nicht Irgendwie weiß ich nicht Turm gegen Oh ne das ist die falsche Richtung Das ist die falsche Richtung Ja aber er kann auch Wo will der König hin Er kann auch nach C4 Äh Was macht er denn da Gib Schach Komm gib Schach Warum gibt er denn kein Schach Das sind so Komplizierte Endspieler Nein Das gewinnt Das gewinnt für Schwarz A3 A3 Das ist Schach Wie geiler ist das denn Oh Gott Nein Oh das ist so bitter Oh das ist so bitter Wie geil war das denn Oh Mann ey Na es tut weh Ja so ist Schach Du kannst eine gute Partie spielen Ganze Partie Besser stehen Auf Gewinn stehen Dann machst du einmal Ein Haus zu raus Und dann war es das Ja Dennis Tut mir leid Diese Erfahrung haben wir Alles schon gemacht Und es gehört zum Schach Dazu Ist natürlich Super bitter Er sagt Meine Fresse Ja Ja Mist Tja Deshalb Den Sack so früh wie möglich Zumachen Beziehungsweise kein Gegenspiel Zulassen Ähm Das sind glaube ich Die Lehren von der Partie Und immer beim Abtausch Ins Bauernenspiel Muss man sich aber Ganz sicher sein Dass Dass das auch funktioniert Und hier hat es leider Nicht funktioniert Colin hat Ja hat sich verteilt So gut er konnte Und immer noch Probleme gestellt Und muss man ihm auch lassen Schade 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 Ja Niklas Nicht so viele Eröffnungskurse machen Aber ein Spielkurse machen Für deinen Chessens Leute Ne Für Chessens ist Gar keine Eröffnungskurse Das ist Modern Chess Also bei Chessens Es geht um alle anderen Themen Keine Sorge Wir haben da alles abgedeckt Aber Ja Fehler passieren trotzdem Was will man machen Okay Ja der Ding jetzt Der Gegner ist noch nicht da Von Flutscher Dein Mann ist noch nicht da Oakway Prime Oder was Ja Oakway Prime So Der ist nicht online Was ist da los Aus England hier Aus England Hat die englische Flagge Hat auch einen englischen Namen Aber ja Martin wissen wir da irgendwas Oder Wie Wie läuft der Fuchs Hier Der heißt aber nicht Oak Wie heißt der denn Ah mit Doppel O Oakway Prime Ja keine Ahnung Das sage ich bestimmt richtig Nee ich wusste nicht Mario 0 0 0 1 0 Gegen Elefanten 2023 Guter Name auf jeden Fall Mal sehen So sind die beiden Online hier Wenn ja Paart euch gerne Mario Nilsen Mario Nilsen Der ist auch irgendwie 40 Liedschersteams Am Start Ja Der habe ich eben auch schon Im Chat gesehen Bei mir Der ist auf jeden Fall da Meine Leute sind da Na ist klar So jetzt haben sie sich gepaart Dann kann es losgehen Hier Elefanten 2023 mit weiß So Mario Raum weg Erste Führung heute Abend hier Übrigens nur Schwarz Siege Bisher Das zum Thema Anzugsvorteil Ja gut Wenn sich das weiter So durchzieht Dann habe ich nichts Dagegen Okay Ja wir haben Bei dem weiß Platte abgegeben Gerade Ah F5 Ja mal sehen Ob Elefanten Oh Hat Elefanten 2023 Meinen Kurs Vielleicht D4 Stark Bester Zug Aber mal sehen Ob er jetzt hier Gut weitermacht Springer E5 Ja D5 Läufer B5 Am H5 Geht hier Nee Nee noch nicht Tatsächlich Man muss den Läufer Erstmal in Sicherheit bringen Und hier Bringer E7 Was macht man hier Ja Da mit D6 Der beste Zug Ja wow Ich bin beeindruckt Hier von beiden Spielern Wow A6 Voll vorbereitet Beide Ja aber echt War doch Genisch Gambit oder Ne war kein Genisch Gambit Ne quasi Das war Läufer C4 F5 Oh Gott Wie heißt der Scheiß Weiß ich gar nicht Hat auch einen komischen Namen Bestimmt Ja ich nehme ich jetzt Gambit Ja ich weiß gar nicht bis wohin ich es in dem Repertoire habe Ich glaube F3 habe ich noch als Idee drin oder so Springer C3 F3 oder sowas Rousseau Gambit Bitte Rousseau Gambit Ja 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 Doch ich habe mal ein Video dazu gemacht und jemand hat das im Stream geschrieben gerade Okay Ja Natürlich nicht nach Jacques Rousseau Den Philanthropen Hieß der Jacques Rousseau Freunde Jean Rousseau Egal Jack ja Jack Ja hier anheben mit F3 James nicht James nicht James Jean Jacques Rousseau So hieß der Jean Jacques Rousseau Ein Zungenbrecher Neobald Tigascha Danke für das Elias Sorge Du machst mich gleich Dolph Das weiß ich Ja warum steht weiß hier besser ganz einfach besser entwickelt plus schwarz hat die Dame natürlich ziemlich dämlich auf E6 stehen da gehört sie nicht hin da gehört er der Läufer aber der C6 ist halt schwach die Damen mussten decken und jetzt öffnet weiß komplett das Zentrum und ja dann möchte ich mal gleich sehen wie Mario das verteidigt hier ja sieht gut aus Ich würde jetzt wahrscheinlich ruhig hier oder so wird einfach die ja einfach die Bord stehen lassen Einfach stehen lassen Ja aber was willst du machen Ich meine EF3 geht ja gar nicht Dame F3 Tum E1 Das sah auch nicht schön aus Ja der Springer ist ein Monster auf E5 und ja ich bin sehr beeindruckt von der Öffnungskenntnis hier von beiden Spielern tatsächlich also gut Mario wenn er diese zwielichtige Variante spielt sollte er auch die beste Antwort kennen von Weiß aber dass Elefant 2023 diese wirklich Nebenvariante hier kennt ähm ist stark Dame A4 Ja ich hätte direkt auf E4 geschlagen aber Dame A4 sicherlich auch nicht so verkehrt So Springer H5 ja das sieht vernünftig aus leider auf den Läufer gehen Ja das ist ein guter Zug Richtig stark Besser wäre es gewesen die Dame auf der uns zu lassen Die Dame ist mir hier auch ein bisschen zu weit weg vom König irgendwie Ah es gibt hier kleinen Trick vielleicht Und zwar Dame C6 Dame C6 Uh Ja Könnte funktionieren Geht auf den Turm Könnte funktionieren Aber schwierig ne Das zu sehen finde ich Ja klar Ich meine Ich hab's noch nicht mal gesehen Das sah nix aus Du bist sowieso nicht mehr so gut wie früher Das wissen wir doch alle Seit Dezember 1. Seit 1. Dezember 2022 wissen wir das ganz genau Oder 2. Ja das war der Tag an dem wir das herausgefunden haben Das stimmt Eindeutig Ja Elefant 2023 ist entweder ein wirklich guter Spieler Oder er hat Hört uns zu Eins von beiden Ja die Idee ist da mit C6 Springer C6 und der E7 hängt Mit Schach Deswegen ist Springer L4 wahrscheinlich Der bessere Zug um die Qualität zu opfern Und dann auf Angriff zu spielen Einfach die Dame auf A8 Ja aber das kostet einfach Material Das kostet den D5 Ja das ist Das ist zu viel Ja Hier fliegt ja alles weg Quasi Ne ist noch nicht klar Was kann ich auch auf E4 nehmen Ja D5 nehmen ist am genauesten wahrscheinlich Was ist nicht klar hier Ja wenn er auf C8 genommen wird Ach auf C8 Ja ne Warum soll er den Läufer nehmen Warum nicht Mach doch nix der Läufer Ja Mario hätte natürlich niemals auf C6 nehmen dürfen Also Weil das ist ja aussichtslos Das sieht schlecht aus Muss hier was anderes machen irgendwie Auf E4 nehmen sollen Ja irgendwie auf E4 nehmen Aber auch das Der Springer ist eben so gut auf E5 Aber irgendwie in die Richtung Muss das gehen Ja Bisher riesen Vorstellung von Valms Mit Dame A4 Dame schlicht C6 Das war schon ziemlich gut Aber man muss auch sagen Mario spielt immer diese seltsame Eröffnung Ja es kann sein Dass er sich vorbereitet hat Ja Das machen Das machen schon einige Oh Springer eingestellt Das machen schon einige von den Subs Können sie auch gerne machen Ich meine Schade nicht Sich ein bisschen mit Eröffnung zu beschäftigen Mal die Vorbereitung Mal die Vorbereitung Kennenzulernen Wie das so ist Ist nicht verkehlt Und Ja Also gerade dieses Auf Läufer C4 ist F5 Mehr als fragwürdig Das ist schon Hart an der Grenze des Spielbaren Weil Man auch Im Gegensatz zum Jenisch Gambit Hat man den weißen Läufer auf C4 Und der guckt natürlich schön Nach F7 rein Beim Jenisch Gambit Das ist gegen Spanisch Läufer B5 F5 Da ist es spielbar Was inzwischen Profis Aber auch noch kaum mehr spielt Aber Deutlich spielbarer Als Dieses Rousseau Gambit Weil Also auch Eigentlich spielt das niemand So Also es ist halt wirklich so Jede tausendste Partie Vielleicht Dass ich Ja super selten Ich glaube sogar F6 Ist Häufiger gespielt Als F5 Also nicht zu empfehlen Definitiv nicht Ja Ist halt sehr riskant Also ich Ich denke schon Dass man viele Beispiel damit überrumpeln kann Aber Ich finde man muss immer So ein bisschen Risiko nutzen Ab Abwägen Abwägen Und Ist da nicht so ganz Naja ich weiß noch nicht mal Wo da der große Trick ist Naja wenn Wenn Schwarz E schlägt F5 spielt Ich glaube dann kann Schwarz Wenn weiß E schlägt F5 spielt Kann Schwarz Recht schnell In Vorteil kommen Ja aber E5 Naja Macht das jemand Sehr unlogisch Ich glaube die meisten spielen Das Also auf dem Niveau Zumindest Ähm Ja Okay Man könnte auch aufgeben Hier mit 3 Bauern Und einer Figur weniger Ähm Ja also Da ist echt Keine Hoffnung mehr Eigentlich Vor allem wie Wie Souverän Souverän Hier weiß Gespielter bisher Senti Bornverlust Von irgendwie 8 oder so Gut Tommi 5 Türme tauschen Zum Beispiel Wäre jetzt Eine Möglichkeit Schwarz Jegliche Hoffnung Zu nehmen G4 G4 Unnötig Stellt den Bauern 1 auf F3 Reinehmen Ist natürlich immer noch Ein Riech Er macht es nicht Ja Jetzt Das kann man aufgeben Gut Okay Ja Starke Vorstellung Von Elefanten 2023 Für Mario Können wir sagen Vielleicht mal eine andere Hoffnung auch noch Anschauen Mit Schwarz Ähm Mein Schwarz Kurs kommt Sehr bald raus Kleiner Tipp An der Verande Und ähm Daneben Ja Dieses Endspiel Das war einfach Hoffnungslos Dann besser die Qualität Opfern Springer H5 Hat mir sehr gut gefallen Aber Elefanten 2023 Hat einfach eine Sehr starke Antwort Gefunden Muss man so sagen Muss man auch Credit geben Hier Okay Weiter geht's Ey Der Echte Ja Machen wir da erstmal weiter Von Wenn wir was von OOG Hören Ähm Gebt es uns durch Ähm Martin Aber ansonsten Werden wir da Einen Ersatz suchen müssen Denke ich mal Ähm Okay Ja Schau an Dennis Ich hab dich zu Zu jung geschätzt Das Das wirst du mir nicht übel Nehmen Nehme ich mal an Okay Nächste Partie Crowpole Gegen Eli 2023 2003 Der Echte Also nicht der Falsche Sondern der Echte Gut Ja Dann fordert euch mal raus Elias Was los Also jetzt haben die sich herausgefordert Die haben auch schon angefangen D4 Elias Holländisch Wieso nicht Wenn man es kennt Können wir machen Elias kennt es Vermutlich nicht Der ist kein Theoriebär Ist aber auch egal Also entwickeln Goldene Regeln Leichtfiguren ins Spiel bringen Rotieren Fertig Ja Kommt Jeder Irgendwas gleich Genau Hauptsache nicht ewig nachdenken Hier Ja es gibt ja eine Idee mit Schwarz Das ist Dame E8 Und dann E5 Das ist so Leningrader System Nennt sich das Wobei das Schwarz hier ja nicht bräuchte Da sowieso kein Damentausch Auf der E-Linie Auf der D-Linie droht Aber Ja es geht auch darum E5 zu spielen Ja Und man kann es auch anders vorbereiten Das ist darauf wirklich hinaus Weißt du jetzt selber E4 spielen Denke ich Ja Angriffsmarke E5 Schön attackieren Das ist der Nachteil von E5 Diesem frühen E5 Den kann man schön angreifen Immer im Zentrum Und dann ist das weiße Feld E6 Geschwächt Bei Schwarz Ansonsten spielt Schwarz E5 Hat ein schönes Zentrum Und dann Droht man so ein bisschen Überroll zu werden Also man sollte auch Irgendwann aktiv spielen Und nicht nur einfach Figuren In Spiel bringen Sondern Jetzt hat der weiß Hochiert Figuren im Spiel Ja Kann er also E4 spielen Sehr gut Kam auch Sehr gut Ja vor allem Um auch den Läufer Aktiv ins Spiel zu bringen Nach D2 Da würde er nicht Besonders gut stehen Klar man kann ihn nach B2 entwickeln Aber Es ist der Moment gekommen Durchstellung zu öffnen Vor allem der weiß Ein bisschen besser entwickelt ist Als Als Schwarz In dem Sinne Das Ja ein bisschen Freieres Spiel hat Jetzt droht E5 Schwarz muss schlagen Eigentlich Ja Eigentlich würde man gerne Die Spannung halten Aber ich glaube nicht Dass das spielbar war Hier Insofern Schlägt Springer schlägt Tja Und jetzt gibt es hier So ein paar Löcher In der schwarzen Stellung Auf E6 Ja das war denke ich Eine gute Entscheidung Dann kann der nächste Springer nachwachsen Und der Läufer rauskommen Ja das gefällt mir gut Aber trotzdem Die E-Linie Und Der E-Bauer Ist rückständig Maria Kannst du gerne noch mal Fragen Die Frage stellen Habe ich nicht mitbekommen Läufer zurück Genau der Läufer Den will man behalten Jetzt Läufer G4 Aber Weiß kann sogar H3 spielen Tja Ja Weiß steht besser Nach H3 Läufer F3 Dame F3 Hat hier Weiß kein Problem Auf der F-Linie Das kann Das kann Schwarz nicht ausnutzen Wann hast du angefangen Richtig viel Schach zu spielen Und welche E-Linie Hattest du mit 12 Jahren Wann habe ich angefangen Richtig viel Schach zu spielen Keine Ahnung Ja Mit 10 11 Weiß ich nicht Was ist richtig viel Welche E-Linie Hattest du mit 12 Jahren 2000 2001 Irgendwie sowas Schwarz denkt jetzt Recht lange nach Ob er tauschen soll Auf F3 Ja Es ist Pest oder Cholera Vielleicht jetzt trotzdem Springer D5 Oder Springer H5 Oder sowas In der Art Vielleicht Springer H5 Um den Springer nach F4 Zu bringen Aber So richtig Passiert auch nichts Weiß hat die beiden Läufer Das Zentrum Hat die Halb auf eine E-Linie Weißt du gut Ja Aber der D4 Wird angegriffen Das ist nicht so klar Der D4 Schwach Und der Läufer Auf C1 Wenn er wegzieht Dann denkt B2 Man kann natürlich E7 jetzt nehmen Könnte man überlegen Aber er deckt Erstmal den D4 Läuft natürlich So ein bisschen Die Diagonale Des schwarzen Läufers Auf G7 Ja Dann C3 Gefällt mir nicht Vielleicht kann Schwarz Jetzt E5 spielen D schlägt D5 Und dann den Springer ziehen Okay Ja jetzt Ist okay Alles denke ich Läufer E3 Oder so Auf E3 Wird doch Zeit Dass der mal rauskommt Ja G5 Weiß ich nicht E3 ist deutlich Logischer Zur Dame schauen Auf F6 Will man ja nicht nehmen Schwarz könnte E5 spielen Nehmen Nehmen Da geht es eventuell Problem mit F2 Nicht so einfach Ja oder Springer H5 Oder sowas In der Art Also es gibt schon So ein paar Ideen Auf den Diagonalen Ne Ja Schwarz ist auch gut Entwickelt Der könnte jetzt Nach natürlich Angriffszug Ausschau halten Sorry Weiß ist noch nicht Ganz entwickelt Der Turm auf H1 spielt noch nicht mit Ja Springer H5 Gefällt mir eigentlich Ganz gut Als Vorschlag Ja Springer H5 Turm D1 Und dann E5 Das ist ja schon Sehr konkret Nach Springer H5 Müsste er vermutlich Lauf E3 spielen Ja oder wie du gesagt hast Man könnte auch überlegen Ob man mit E5 anfängt Und dann irgendwelche Tricks hat Nach D schlägt E5 Weiß ich nicht Ob man die Tricks hat Ist die Frage Springer G4 Oder solche Späße Kann man drüber nachdenken Aber er lässt sich zeigen Aber wieso auch nicht Das ist eine kritische Stellung Er hat auch noch zwei Minuten Ja Das ist okay Dass er hier nachdenkt Kann man schon mal Zeit investieren Ja Dennis Sagt die erste offizielle Partie Over the board gespielt Und gewonnen Der Gegner hatte 1440 DWZ Sauberer Einstieg oder Hast die Partie direkt Gegen 1440 gewonnen Nicht schlecht Warte Viel Erfolg Bitte Ja Ja Ich meine für viele Sich überhaupt so mal Ins Brett zu setzen Muss man sich auch Erstmal trauen Das ist ja was ganz anderes Als in der Anonymität Hier online Ein paar Partien Zu zocken Das ist was ganz anderes Dame C7 war Zu zahm Ja Springer H5 A genug Ja wäre auch meine Mein Zug gewesen Sowas in der Art Das Dame C7 Das ist zu passiv Für mir 6 Gefällt mir gut Mit der Idee zu verdoppeln Auf der E-Linie Ja Schönes Feld hier Hier kann man Bauern gewinnen Mit Läufer F6 Idee 5 wahrscheinlich Erst hier schlagen Und dann hier schlagen In der Fesselung Er macht es nicht Ist aber nicht schlimm Verdoppelung Gefällt mir Ja Schwarz kann jetzt auf C4 nehmen Und dann versuchen den Springer auf D Na Den kann man nehmen Das funktioniert nicht Den kann man nehmen Ja Schön Und dann nochmal nehmen Ja Das wird er wohl machen Und dann hat Schwarz Einfach einen Bauern eingebüßt Und der Bau auf E7 bleibt schwach Also man ist noch nicht mal Seine Schwäche los geworden Das war keine Verbesserung Der schwarzen Stellung Um es nett auszudrücken Schön Elias Schön 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 Vielleicht kann man jetzt C5 Trotzdem probieren Irgendwie Bisschen Verwirrung stiften Aber Schwierig Turm F7 Okay Ja Vor allem der Zeitvorteil Über zwei Minuten Das ist schon einiges Wird schwer Für Crowpole So genug Zeit Man muss hier nicht überpacen Einfach mal auch locker Ein paar Sekunden nachdenken Ja Greift E7 an Ist okay Damien reißen Guter Zug Ja Man kann auf E7 schlagen Ja Ja dann kommst du zum Läufer Endspiel Wahrscheinlich Mit einem Bauern mehr Hatte man dann sehr gute Gewinnchancen Aber Man kann auch mit dem Läufer Schlagen Auf E7 Kann auch mit dem Läufer Schlagen Ja Das wäre wahrscheinlich Das wäre wahrscheinlich Am besten gewesen Tatsache Ja So So kommen wir jetzt in ein Läufer Läufer Hat wahnsinnig viel Zeit Vorsprung Ruhig auch mal 20 30 Sekunden Ja hier gewinnt jetzt Dame E8 Schach Warum hat er denn nicht Das Endspiel Mit dem schwachen König Will man die Damen vom Brett nehmen Dame E8 Läufer F8 und Läufer H6 Ist ein easy win Was die Weil es alle Figuren abtauscht Und dann ist das Bauern ins Spiel gewonnen Ja Techno T Die Partien aus der Österreichischen Liga Die zeige ich noch Ich weiß noch nicht genau wann Aber zumindest Zumindest zwei Wahrscheinlich höchstens zwei Denn die anderen beiden Waren nicht so spannend Dame E8 Später Und dann Läufer E7 Ist noch stärker Ja Jetzt endlich das gleiche Das nimmt sich nichts Also Schwarz kann das eh noch Verteidigen Aber Weiß kann dann alles abtauschen Und das Bauern ins Spiel gewinnen Er muss Dame G7 spielen Und jetzt Klar Das was Niklas gesagt hat Man muss noch nicht mal Direkt schlagen Aber gut Warum auch nicht Das ist jetzt Ja bei E7 Achso Ja okay Ja Ja jetzt Ein paar Bauern Vorschieben Am Königsflügel Da hat man ein Meer Ja Ist auch mal instruktiv Zu sehen hier Für viele glaube ich Die Zuschauer Wie Weiß So eine Stellung Gewinn Könnte ja sagen Okay Weiß hat nur Ein Bauernmeer Aber Bauern können sich umwandeln Und Weiß wird den jetzt Langsam aber sicher Nach vorne bringen Und Dagegen kann Schwarz Nicht unternehmen Jetzt bildet er den Freibauer Mit F5 Und dann Wird Schwarz In Zugzwang geraden Das ist das Problem Man muss immer In Zug machen Und der König Kann dann nicht ewig Vor dem Vor dem Bauern bleiben Achso Schwarz war im Zug Okay Naja Das ändert nichts Ja ich hoffe Er bringt das locker nach Hause Ja kann man einfach Schlagen F5 Ja Fäblich egal Mal gucken Ob er das einfachste Das ist das wichtigste Endspiel Was es gibt König und Bauer Gegen König Hier noch mit einigen Bauern auf dem Brett Dadurch Gibt es auch keinen Putt Ja das ist die Frage Ja die Strategie Ist tatsächlich dann Die anderen Bauern Einzusammeln Häufig Also eine Strategie War glaube ich Die simpelste Und jetzt macht er Jetzt Okay Ihr könnt auch einfach Mit dem König hin und her Ziehen Weiß kann immer Zeit Verlieren mit König E4 König F4 Ja Es gibt König G4 Natürlich Das freut mich Lilith Der Vergotten Das freut mich Glückwunsch zum Sieg Über deinen Vater Ja C5 ist Ja ist okay Das hat schwarz genommen Der schwarze König Muss weichen Das ist Zugzwang Und dann kommt Weiß jetzt mit dem König Nach G5 Und holt den H4 ab Ja Das macht es einfach Jetzt hat er zwei Bauer mehr Und jetzt ist es wirklich Sehr einfach Ja Schiebt den F-Bauern vor Gut Das kann man aufgeben Ja Macht er jetzt auch Ja Starke Spielt Von 2003 Der echte Ja Kann man nicht viel Nicht viel sagen Crowpole Könnte Ja Die Öffnung Gut kann man natürlich So spielen Und dann Dame C7 war zu passiv Da muss man ein bisschen Mehr Spiel generieren Würde ich mal sagen Und der entscheidende Fehler War dann in das Nicht die Damen zu tauschen Das Läuferentspiel Hat er sicherlich mehr Aussichten aufs Remis Gebracht Okay Weiter geht's So wollen wir jetzt Wollen wir jetzt Die Partei Haben wir schon einen Ersatz Für Oakway Prime Der glaube ich Immer noch nicht online ist Oder wie schaut das aus Flutscher hat gesagt Dass er da ist Ja gut Flutscher ist da Das ist klar Aber Nein er hat gesagt Dass sein Gegner da ist Achso Bei Ah doch Ja dann lass Dann können wir jetzt spielen Okay Ja Xanax Abuse Okay Mein Lieber Noch gerade rechtzeitig Bevor ich dir Bevor die Partie Jemand anders gegeben hätten Ja schön Dann Die beiden haben sich gepaart Dann bitte stumm schalten Ganz wichtig Damit ihr nicht von uns Abgelenkt werdet Und los geht's Das freut mich Magdalene Dass die Dass das Endspiel Lehrreich war Ja es soll ja eine Mischung sein Aus Lehrreich und unterhaltsam Alles gut Ist ja nichts passiert Kein Problem Aber stumm schalten Jetzt mein Lieber So was haben wir hier Französisch Okay C4 Den sollte man rausnehmen Ja Das ist ja eine Stellung Die Tatsächlich aus Verschiedenen Strukturen Entstehen kann Das hatte ich schon Selber auf dem Brett Aber nicht Läufer E7 Ich hab Dame E7 Gespielt Das war eine andere Eröffnung Ja Angenommen das Damen Gemäte Aber gut Selbe Stellung Gegen Tommy Neibäck Ja unter anderem Gegen Tommy Neibäck Das glaube ich mehrmals Ich hatte es noch Gegen Studer Hatte ich es nochmal Weiß ich nicht Aber du bist gut informiert Die Partie Gegen Tommy Neibäck Bundesliga Okay Roland spielt das später Ab 21.30 Okay Kriegen wir hin Springer G5 Im Ernst Flutscher Wirklich Ich meine Was reden wir uns Den Mundfuselig Von goldenen Regeln Eigentlich Und der lässt den F7 Einfach stehen Schwarz Anstatt zu Das funktioniert Es funktioniert Auch noch Das ist das Schlimmste Der D4 hängt Das funktioniert Nur Ja Springer E7 Geht wahrscheinlich Ja Schwarz ist weiß Gewitten Turm Ich meine Also Springer G5 Schauen Was macht der Gegner Was droht der Gegner Bedroht den Bauern Und dann Wie kann ich die Bedrohung verhindern Kurz so gerade Deck den Bauern Und der Springer Ist ins Leere gelaufen Jetzt Ist es Okay Er versucht jetzt Spiel zu viel komplizieren Aber Jetzt steht weiß Auf Verlust Auf Gewinn Pardon Ja weiß Einfach F3 Wehrt die Drohung ab Und die Gabel läuft ja nicht weg Danach kann er immer noch Sich sogar aussuchen Was er schlägt Also schwarz Reagiert überhaupt nicht Auf die weißen Drohungen bisher Null Das ist Quatsch Jetzt ist wieder alles okay Für Unglaublich Also wirklich unglaublich Eigentlich total simpel Und jetzt hat weiß nur Was hat er mehr Noch nicht mal einen Bauern Gar nichts Doch einen Bauern Aber den Bauern auf D4 Wird er wieder verlieren Ja Er ist gleich weg Und er hat nichts mehr Unfassbar Unfassbar Also einfach geht es eigentlich Taktisch gar nicht Das tut Springer C2 auch recht stark Ja ja Springer C2 gleich Hier die Gabel Er muss den Springer nehmen Springer A3 Tja Läufer D3 Das sieht anrüchig aus Das sieht krumm aus Aber naja Es geht Es geht halt Es geht Ja es ist ein bisschen schade Weiß hätte jetzt die Partie Im Prinzip schon gewonnen haben können Ein ganzer Turm Der Läufer hing Ja jetzt Den kann man wegnehmen Den kann man einfach wegnehmen Ich meine die Idee an sich war gut Den Springer zu ziehen Und den Läufer anzugreifen Aber es musste ein bisschen anders passieren Springer F3 zum Beispiel Schach geben Und dann den Läufer nehmen Ja Ben Barbar Darüber haben wir schon gesprochen Dass Garfin Chesby erwähnt hat Zu Unrecht zwar Aber ich habe es mitgenommen Tja Okay Figur weniger Das ist schwierig jetzt Ja zu schnell gespielt Augway Prime Zu schnell gespielt Zweimal Dem Gegner Geschenke gemacht Ja mal gucken Ob Flutscher das jetzt nach Hause fahren kann Eigentlich Ist das ein sicheres Ding hier Ich sollte flutschen Zumal Schwarz Bisher Ein paar dicke Dinger gemacht hat Ja man muss es leider so sagen Irgendeine Drohung Komplettes Fremdwort Hier für die beiden Ja tauschen Turm AD1 ist gut Tauschen Figurenspielen bringen Du hast keine Durchläufer AD6 spielen Das blocken Dann würde ich weiter mit Springer B5 Springer E4 Den Läufer attackieren Und weiter Tauschen Ja Das ist das Problem Schwarz hat kein Material mehr Also nochmal Wir erwähnen es Immer wieder gerne Aber wenn man Material mehr hat Dann tauscht man Figuren ab Weiß macht das gerade perfekt Denn je weniger Material der Gegner hat Desto weniger kann er damit anfangen Und irgendwie Drohungen generieren Oder Gegenspiel erzeugen Insofern wenn ihr Material mehr habt Tauscht munter ab Und im Endspiel Wird sich euer Mehrmaterial dann Umso mehr bemerkbar machen Und dann bringt ihr es nach Hause Ohne dass euer Gegner irgendwie Das Spiel kommt In diesem Sinne Springer B5 Oder Springer E4 spielen Um den Läufer zu tauschen Oder Läufer F4 Verschiedene Möglichkeiten Ja das ist Unsinnig Weil Da wird nichts angegriffen Doch der war auf C7 Ja aber das ist nicht seine Idee Hundertprozentig nicht Aber macht nichts kaputt Hat ja eine Figur mehr Und solange er die Figur Nicht wieder einstellt Sollte er das nach Hause fahren Aber es ist Tatsächlich so Wie wir es gesagt haben Einfach tauschen Ganz stupide Das macht die Sache auch einfach Da muss man gar nicht Groß über Darke Züge nachdenken Turm D1 wieder zurück Die C Linie ist tot Jetzt für den weißen Turm Oder B4 von mir aus Ja oder so Okay mal eine Drohung aufstellen Schadet nicht Aber diese einzügigen Drohungen Die sind natürlich Nicht so kompliziert Weiß Beide Seiten soll man Den König ins Spiel bringen Schwarz vor allem Mit der schwachen Grundreihe Der König muss mitmachen Im Endspiel Da kann er rauskommen Aus seinem Versteck Braucht sich nicht mehr fürchten Dass er matt gesetzt wird In der Regel Das wäre eine gute Idee hier F4 Kauli Donbauer War eigentlich ein Command Für Subbattle Oh der Turm wird gefangen Mit G4 Puh Duft gelaufen B4 Okay Geht auch Kommt mal wieder was mit E Ja Eher Zagatz Die Meister Wenn wir bauen Ja Beschäftigter Mann Vielleicht Ist jetzt nichts geplant Aktuell Ah H5 Sehr guter Zug Sehr guter Zug Hat hier G4 rausgenommen Und dem König in Luftloch Gemacht Top Was wärst du beruflich geworden Wenn ich Schachspieler Ja Keine Ahnung Vielleicht irgendwas mit Psychologie Irgendwas in die Richtung Ja Weiß ich nicht Läufe B2 Okay Läufe hat Kompfelder Na war 3 Gut Schwarz stellt Fragen nach wie vor Weiß kann jetzt auch mal zum Angriff übergehen Ein bisschen mit Turm C8 Und Sprenger G5 Das ist nicht so ganz ungefährlich Vielleicht war ja auch ein guter Zug Weiß droht tatsächlich den Läufer zu gewinnen Turm A2 Oh Den kann man nehmen Gut Jetzt kann man aufgeben Spätestens jetzt Ja Okay Ja Mehr Zeit sich nehmen Mehr auf die Drogen Achten der Gegner Taktik hat hier die Partie entschieden Also gilt für beide Beide Seiten Flutscher hat eben weniger Taktische Fehler gemacht Schade Nächste Partie Jock 21 Jock 21 gegen HB 4473 Okay Okay Ich esse Cashew Nüsse Ja Ich habe es ein bisschen schlecht getimt Kein Abendessen bekommen Ja Ja So wir haben die nächste Partie Könnt anfangen Beide irgendwie ähnliche Namen Okay Gut gematcht hier 1900 Rating beide Auf geht's Let's go Italienisch Normale Eröffnung Jetzt mal Zu normal Oh Dami 2 Unorthodox Guten Abend Tobias Grüß dich Auch mal wieder dabei Hier Mensch Ich hoffe dir geht's gut Mein Lieber Batzinger Command Sub Battle Man kann heute auch nicht mitmachen Das ist ein Sub Battle D4 Den kann man schlagen Oder nicht Was hat denn Ah 6 hat schwarz gemacht Ja also Ist das verkehrt Ich meine Wie du sagst Die Gorker wird schlagen Ja D6 Ist aber doch Ja D6 wäre Normaler gewesen Noch keine notwendige Für H6 Ja jetzt D6 Weiß hätte E5 probieren müssen Unbedingt Dann wäre das gar nicht So klar gewesen Ja D6 Jetzt gut Verhindert E5 Jetzt hat schwarz Einfachen Bauern mehr Ah er will F4 spielen Gar nicht so blöd Ja sehr schnelles Spiel Oder doch nicht Bisschen komisch Also Warum hat jetzt weiß Einfach diesen Bauern gegeben Das war ja Nicht nötig Weiß spielt Extrem schnell Wie kann man beim Subbattle dabei sein Ja du wirst erstmal Mitglied bei mir YouTube Mitglied Oder Sub bei The Big Greek Und dann Wenn das ansteht Dann erfährst du davon Über Discord Vor allem Aber ich glaube auch Elite Chess Und dann kann man da Sich bewerben Und hat eine gute Chance Rein zu kommen Also so viele Bewerbungen Haben wir glaube ich Nicht jedes Mal Insofern Hat man da eine sehr Gute Chance Dabei zu sein Oh Läufer C4 Aber das ist nur ein Tausch Weiß kann ja Läufer D3 spielen Beide sehr schnell Und ja 15 Züge jetzt Ja zu schnell Zu schnell Ja ein bisschen zu schnell Aber Gut Aus schwarzer Sicht Finde ich Hat er alles richtig gemacht Bisher Also Alles Ruhbauer mitgenommen Figuren entwickelt Sieht sehr vernünftig aus Ja abtauschen Den Läufer 10 Ja Läufer nimmt Dame nimmt D5 nachdenken Wenn man ein bisschen Aggressiver Unterwegs sein will Ich glaube D5 wäre ein ziemlich guter Zug Naja Muss auch alles Nicht Hauptsache nicht Ewig nachdenken Das ist eine Der Läufer auf C4 hängt Der Bauer hängt Besser gesagt Planst du irgendwas An Turnieren Oder so Im Sommer Dortmund Dortmund Ja Das ist ein guter Punkt Obwohl Dortmund Ist Ja Ist nicht so stark In der Spitze Nach oben besetzt Aber du hast Hast du ja nicht Mitgespielt Ne ich wollte Aber dann habe ich In Biel gespielt Weil es mir Nicht stark genug War in Dortmund Ich denke mal nicht Dass sich das geändert Haben wird Dieses Jahr Nein Ich spiele mit Weil ich diesmal Eingeladen worden bin 50 Ist auch 50 Ist das Jubiläum 50 Ist das mal Internationale Dortmunder Schachttage Sagen wir 71 Findet das statt Und Ja Wenn die Leute nicht wissen Worüber wir reden Das ist das Die Sparkassen Die Sparkassen Chess Trophy A Open Und B Open B Open Ist offen Für alle Spieler Egal ob Anfänger Oder Vereinsspieler Bis DBZ 1900 Und A Open Ab DBZ 1900 Oder ELO 1900 In den Westfalen Nahen Findet das statt 24. Juli Bis 2. Juli Da spiele ich mit Im A Open Okay Cool Ach so früh Ist das diesmal Ja Ist immer Beginn der NRW Ferien Macht Sinn Ja Na ich bin kurz Auf Toilette Okay Ciao Ja EL Stalagnath Das ist okay Nervös zu sein Ich glaube Alle die hier spielen Sind nervös Denn immerhin Spielen sich hier Vor einer großen Zuschauerschaft Und Bekommen dann auch Ihre Partie Analisiert Von uns Oder kommentiert Und müssen sich Dann noch was Anhören lassen So ungefähr Aber Ich sag mal so Ist ja alles Nur zum Spaß Und Ich hoffe Und ich denke Dass viele Die hier mitmachen Dann auch was lernen Wenn wir Über die Partien sprechen Ihre Fehler Ansprechen Und insofern Nimm es einfach Als Lernerfahrung Und Würde mich freuen Wenn du mal mitmachst In der Zukunft Warum ist TBG So schlecht gelaunt TBG ist überhaupt Nicht schlecht gelaunt Finde ich heute Also Du scheinst TBG Nicht zu kennen Johannes Ich finde TBG Ist komplett normal drauf Sogar Gut würde ich sagen Oder Also Nö Finde ich nicht Warst du früher Immer nervös Ich bin immer noch nervös Wer das gesehen hat Vor zwei Wochen Habe ich in diesen Play-In gespielt Ich musste mich Erstmal beruhigen Während der ersten Partie So ungefähr Ja War ungewohnt Eigentlich bin ich Immer nervös Vor den Partien Aber nicht 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 Während der Partie Aber es hat sich dann beruhigt Ich bin reingekommen Ich glaube es war einfach Weil ich so lange Nicht gespielt habe So Der Springer ist sehr stark Auf D5 Und Weiß könnte jetzt Abtauschen Den Springer irgendwie loswerden Wäre eine gute Idee Damit man hier eine Gabel Spielen kann Vielleicht auch F4 Um den Läufer wegzukicken Ja der Springer gefällt mir gut Ja B3 ist leider auch nicht so gut Wegen Springer A3 Aber Man würde es gerne spielen F4 Den Läufer wegkicken Ja und dann Läufer C3 Oder sowas in der Art Weiß hat Kompensation Für den Minusbauern Irgendwas hat mir hier nicht gefallen Von Schwarz Ja C5 kann man machen Aber dann sollte man Den Springer nicht entfernen Denn man Damit konnte Weiß hier Einen richtig fetten Springer Auf D5 reinbringen Läufer A4 G3 Weiß ich nicht Ob das Not ist Not tut Immerhin schwächt man jetzt hier Den König Läufer C1 Will jetzt unbedingt B3 spielen Interessant Ja Ja vielleicht schlau Tatsächlich Sieht krumm aus Aber man kickt den Springer weg Wenn man den Bauern deckt Und dann bringt man Läufer auf die Deonale Dame G4 Starker Zug mit der Drohung Dame F3 Ja deshalb der Zug G3 Darauf hätte Weiß verzichten können Jetzt hat man hier Konkrete Probleme Muss vielleicht sowas machen Wie Turm F1 Um Dame F3 zu verhindern Turm D3 Ja ne Jetzt Jetzt Hängt aber auf E4 Das ist Sehr problematisch Sehr problematisch Niklas kannst du Minesweeper Ne Nicht so gut Cedro Würde ich jetzt nicht Zu meinen Talenten zählen Ja der Bauer fällt Schwarz kommt rein Der Weißkönig ist schwach Das ist jetzt komplett verloren Tatsächlich Schade G3 Hätte man nicht spielen müssen Hier nach Läufer A4 Kann doch direkt Läufer C1 machen Wenn man diesem Diesem Plan folgen will Das hat unnötig geschwächt Und Jetzt muss Weiß quasi dafür bezahlen Ich weiß gar nicht Was man hier noch spielen kann Vielleicht kann man Läufer E3 machen Ja ich glaube Läufer E3 Sollte man machen Man muss ja irgendwie hier Tome E1 verhindern Läufer E3 Dame F3 Dame G2 Scheint noch zu gehen Gerade so Ja es hat sich gut entwickelt Für dich Weiß hat er da Ein gutes Spiel bekommen Oder für euch Aber Hat dann hier Den Bauern eingestellt Auf E4 Und das kostet richtig Mein Spiel ist aber Schwarz Ja dein Spiel ist schwarz Ich weiß schon Ich sag mal Weiß war eigentlich Auf dem Weg Zu einer Vernünftigen Stellung Mit Kompensation Aber ja Jetzt Kann er quasi aufgeben Läufer E3 Sollte er probieren Oder vielleicht Der Sprenger E3 Also das droht Turm E1 Turm E2 Okay So wir haben hier Ein Raid Von 52 Leuten Von Chess Dojo Live Vielen Dank Vielen Dank für den Raid Ich grüße euch Freunde Schön dass ihr dabei seid Wir machen Subbatter hier Gegen die Big Greek Hälfte der Partien sind Um ungefähr The Big Greek führt Was ist denn da eigentlich los Du führst ja Sehe ich hier Das ist nicht gut Aber die Führung wird sie leider Jetzt noch Wird noch ausgebaut werden Denn diese Partie gewinnt schwarz Mit dem Schach Und Ja Weiß kann aufgeben Schade Bitter gelaufen hier In der Öffnung zu schnell gespielt Ein Bauern abgegeben Ohne Not Und dann noch ein Bauern abgegeben Und jetzt die Dame Das ist zu viel Ja Vor allen Dingen Das ist eine ganze Dame Weil Nach Dame E2 Dame E2 Hängt der Turm auf E3 Auch noch D3 Ja es fehlt alles auseinander Und dann hängt noch der Springer auf D5 Und der Turm auf B1 Das ist wirklich Dominoeffekt hier Er lässt die Zeit ablaufen Stattdessen Statt aufzugeben Auch eine Möglichkeit Ja Okay Gut Ich denke zu der Partie Haben wir schon alles gesagt Dann weiter geht's Mit Roland Tatsächlich Kann jetzt schon Bekommen wir gerade die Nachricht rein Dann machen wir auch dadurch weiter Roland gegen Phoenix Moby Aber die sollten doch später spielen Dachte ich Ja aber er hat gerade geschrieben Er kann jetzt schon Okay Roland hat auch schon häufiger Für dich gespielt Ne Der ist immer Der ist Ja Ja Bei vielen Teams dabei Zeit ablaufen Lass uns allerdings Nicht die feinen Engel Ich sag mal Schwerwiegender Wenn man eine Minute Auf der Uhr hat Oder so Wie das Herr Hikau Schon gemacht hat Aber Jetzt wo er nicht viel Zeit hat Auf der Uhr Was haben die denn Äh Hallo Die haben sich Für Chess 960 Sind die am Trollen Oder was Ja jetzt haben sie Abgebrochen Ja Das war ein Versehen Offensichtlich Wie Paul Der hat Der hat jemand Die Zeit ablaufen lassen Er hatte noch eine Stunde Auf der Uhr Das ist schon eine miese Nummer Ja okay Das ist eine miese Nummer So Jetzt aber Normale Schach Sorry Nick Für die Unsportlichkeit Des Teammates Bin ich jetzt gezwungen Für Greeks Made Zu cheeren Das klingt Das klingt ja wie Kugelbuch Tobias Hast du für Kugelbuch Geschaut oder was Echt schade man Ja Also ich sehe das jetzt nicht Ruhig an Los geht's D4 Übrigens die Webseite Zur Sparkassen Chess Trophy Habe ich gerade In den Chat gepostet Weil er jemand nachgefragt hat Also wenn sich jemand Interessiert für das Turnier Und vor allen Dingen Aus dem Ruhrgebiet Gerne vorbeischauen Ist auch wirklich Offen für alle Auch für Anfänger Man muss noch nicht mal In einem Verein sein Deswegen heißt es Open Also jetzt Hermann ist im Chat Der eben die Partie Gespielt hat Ja Hermann Hier kommen die Anschuldigungen rein Warum hast du denn die Zeit Ablaufen lassen Statt aufzugeben Kannst gerne dazu kurz was sagen Und du brauchst dich nicht schämen Für deine Partie Mein Lieber Alles okay Schach ist schwierig Und du hast dein Bestes gegeben Und alles okay So was haben wir hier Benoni oder was Königs in Deutsch Oder wie Ja C5 D5 Dann hat es Schwarz Springer A6 gemacht Dann kam A3 A3 ist natürlich ein Tempoverlust Der Springer will nicht nach B4 Der will nach C7 Der will nach C7 A3 Vor allen Dingen Wenn er nach B4 geht Kann man ihm mit A3 Immer noch einen Tritt geben A3 ist hier ein schwerwiegende Ungenauigkeit Weil nach E6 Ja was ist das schwerwiegend Ich kann den D5 verhalten Weil ich ja E4 habe Ansonsten würde ich das Zentrum Nicht halten Nimm Nimm Ja Sping jetzt C7 B5 Sieht aus wie eine gute Version Hier für Für Schwarz Außer kann man Weil es direkt E5 spielen Eventuell war die Frage Dann macht Tommy A8 erstmal Ach Hermann hat im Spielchat geschrieben Deshalb lief die Zeit ab Ja Schaut euch das an Ihr beschuldigt hier Hermann Dass er Die Zeit hat ablaufen lassen Vielleicht hat er dem Gegner gratuliert Für sein gutes Spiel Und war War sehr sportlich Also man darf hier nicht Man darf hier nicht zu viel reinlesen Würde ich mal sagen Freunde Okay So B5 Das hätte Weiß verhindern sollen Oder Dann hätte er A4 Ach ne Er muss den Bauern decken Auf E4 Ja Tommy A8 Guter Zug B5 Ja E5 könnte gehen D schlicht E5 Und dann D6 Ab geht die Post Das ist typisches Manöver Typisches Motiv In dieser Eröffnung Aber er spielt Dame C2 Ja das sind doch die Stellungen Davon träumen noch Die Benoni Spieler Was hat er gemacht Dame C2 Okay Gut deckt den Bauern Auf E4 Ich bin mir aber nicht sicher Ob er dem wirklich deckt Doch Doch Noch deckt er Ja Nach B4 Muss der Springer Aber trotzdem Irgendwie Auf komische Felder Ähm Läufer B7 Ich weiß nicht Ob mir der Läufer Hier gefällt Eigentlich Nicht so gut Glaube ich Start auf den Bauern Ja A6 Ist gut Gefällt Man will ja nicht Nehmen auf F6 Ne Das will man nicht Läufer zu stark Ähm Ich würde den Läufer Zurückziehen Nach F4 Gucken was der Gegner macht Ja F4 wäre aktiver gewesen Um einen D6 Zu attackieren Ängstlich Gespielt von Weiß So Läufer D2 Was macht der Läufer Naja Gut A5 B4 Sowas Ich bin jetzt Kein Benoni Spieler Insofern Springer G4 Finde ich Gar nicht So schlecht Will nach E5 Schirmer Naja Weiß nicht Ich hätte hier Weiter expandiert Immerhin hat Schwarz Da eine Mehrheit Am Damenflügel Also ab nach vorne Mit den Bauern Ja Der Springer ist angegriffen Schwarz will Springer E5 spielen Und wird da hingeleitet Also Was gibt es da nachzudenken Mache Nach F6 Zurück Ist ja nicht besonders sinnvoll Dann hätte man Tempo verloren Wichtiges Was heißt wichtig Aber Ja Das wäre nicht sinnvoll Aber jetzt nachzudenken Macht auch keinen Sinn Wo ist das Problem Mit Springer E5 Er wollte doch dahin Dachten wir alle Dachten wir Warum Macht er sonst Springer G4 F2 attackieren Vielleicht denkt er jetzt Über Springer F2 nach Wir wissen es nicht Nein Jetzt geht er wieder zurück Na gut Sei es drum Weißen Zug geschenkt Aber Gut Ja Fast zwei Züge H3 geschenkt Und jetzt noch Ein Boduszug Aber gut So Weiß zeigen Was er damit anfängt Ja Turm in die Mitte Vielleicht Turm AD1 C1 Weiß ich nicht Die C-Linie ist geschlossen Hätte ich eher nicht gemacht Ich würde immer noch So etwas wie G4 Oder Läufer F4 In Betracht ziehen Jetzt Ja G4 Und Läufer F4 Schön Expandieren Expandieren Ist auch ein geiles Wort Auch im Schach B4 Ist auch eine Idee Mit Wals Ja B4 Könnte Könnte schlau sein B4 Dann hat unsere Stellung B4 A4 Wenn schwarz C4 spielt Kennt man das Königsindersche Denkt lange nach Ich glaube Er hat keine Idee Er weiß nicht so richtig Was er machen soll Ich glaube Es gilt für beide Ja E5 geht nicht Weil er D5 fängt Deswegen Eine typische Frage Die man sich In solchen Situationen Stellen kann Ist Wie stehen meine Figuren Und wie kann ich sie Verbessern Das ist so eine Klassische Schachfrage Im Mittelspiel Und dann stellt man Ja Läufer F4 Ist gut Der Läufer stand Auf D2 nicht gut Aber hier gibt es Springer H5 Und dann muss er wieder zurück Deswegen zuerst G4 Und dann Läufer F4 Das wäre die richtige Reihenfolge Wobei Springer H5 Kann man den Läufer Natürlich wieder zurückziehen Und dann G4 Ja nach E3 Ja beide Seiten Hier scheinen nicht So richtig zu wissen Was sie tun Springer H5 Okay Ja Nach wie vor Würde ich hier Einfach mal schauen A5 B4 liegt da In der Luft C4 ist auch Immer ein Zug Über den man nachdenken kann Ja Springer E4 Sollte man Ja er bietet So ein bisschen Zugwiederholung an Da können sie gerne Wiederholzüge Züge Ein großmeisterliches Remis Ne es geht weiter Jetzt Springer D7 Also Schwarz hat ungefähr 10 Züge mit dem Springer In den letzten 10 Zügen Was macht er als nächstes Ich sag's euch Komm A5 oder C4 Springer C5 Jetzt C4 Springer C5 Jetzt mach mal was Ah jetzt kommt F4 Da läufst du auch genau rein Nein Das ist aber auch ängstlich gespielt Von Weiß Mein liebes Scholli Beide ziehen nur hin und her Beide ziehen nur hin und her Die kleinen Soldaten müssen nach vorne Um Raum zu schaffen Und was zu attackieren Klein Soldaten Ja Der F4 Komm Hallo Bietet sich an König nach A2 Wunderbar Jetzt passt alles für Weiß Oder Tauschen von mir aus Der ist voll auf Tauschen aus Der Weiße Dabei hat Weiß Raumvorteil Normalerweise spielt man ja Oh F5 Aber das ist jetzt E5 ist ja der Traum Von Weiß Für Schwarz Ach du Scheiße Schau dich das Zentrum an Das ist der Vorteil des Raumvorteils Also der Vorteil des Raumvorteils Das ist ein bisschen komisch Aber das ist der Vorteil Wenn der Bauer auf D5 steht So früh Wenn man dann den Durchbruch schafft So wie hier Dann hat man halt Riesigen Vorteil Schwarz darf eigentlich nicht schlagen Dann hat Weiß zwei Freimöppel da Ja das verliert auch schon Direkt Material mit D6 Aber Ja Schwarz muss jetzt stehen Stehen bleiben Ah Ja 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 Läufe B7 Jetzt nur nicht auf D6 nehmen E6 bietet sich an Kruppverdoppelung bietet Es gibt so viele Möglichkeiten Hier Ja B4 Können wir auch nochmal machen Oder hast du das schon gesagt E6 ist mir ein bisschen zu früh noch Ja Zu früh festgelegt Ja das nimmt die Spannung raus Es gibt Schwarz dieses Feld Jetzt kann Schwarz ganz gut Um die Bauern herumspielen Also das ist jetzt gar nicht so eindeutig hier Eigentlich Dame E2 oder so Das wäre gut gewesen Und dann auf D6 nehmen Oder Tourmeer 1 auf die D6 nehmen Ja Spannung halten Ja und vor allen Dingen Weiß hat jetzt weniger Zeit Er weiß nicht was er machen soll Er ist sehr langsam Ja wir brauchen noch einen Anschlusstreffer Also insofern passt das gut Ja Dame E3 greift B5 an Immerhin komm Irgendwas angreifen ist immer gut A4 ja komm Angreifen ist gut Ist gut Ja immer würde ich jetzt nicht so pauschal sagen Aber Also A4 ist gut ja Wenn man dabei nicht stehen lässt Ist das okay Na C4 kann er jetzt machen Vielleicht Ja Dame B4 kommt A5 hinterher Ah ne der Bau auf D6 hängt Stopp Dann Muss er B4 machen Auch wenn es Der Springer kann jetzt Auf das schöne Feld C4 Das ist auch so Standard Das Feld C4 freikämpfen In diesen Strukturen Und dann mit dem Springer umgruppieren Und nach C4 gehen Das ist ein Traumfeld für den Springer Ja Wer kommt Der Springer auf C7 steht halt wirklich dusselig Aber gut Schwarzmann läuft A6 Tauscht den Springer ab auf C4 Und dann soll Weiß erstmal durchkommen Der Springer auf C7 verteidigt nämlich die Einbruchsfelder Das wird überhaupt nicht leicht Ja auch Läufer A6 würde ich aber Läufer F1 machen Ja das ist gut Das bringt nichts nach Springer C4 Nee man kann Springer C4 machen Die Dame angreifen Ja und gewinnt den Bauern auf D6 Und Schön gesehen Stark Phönix Und dann bricht aber hier alles auseinander Auje Auje Das war nix Was sollen wir machen Die Dame opfern jetzt mit Läufer schlägt D5 Aber Ja Ja gut Macht er nicht Er wird die Dame zurückziehen Nach F6 oder G7 Und dann kommt Springer D6 Und alles fällt auseinander Aber sowas von Ja aber sowas von Da war ich das Die Monster freibauen im Zentrum Ohje Freunde Das wird schwer Hier noch ein Comeback zu starten Vier Partien Oh den D6 Wenn ich ja wollte Wenn Phönix das Spiel gewinnt Dann Braucht TBG nur noch Einen Punkt Ja Springer B7 D6 Und Aus die Maus Ja er hat nicht mehr so viel Zeit Er denkt auch Das nach Für uns Sehr sehr einfache Kombination Aber er sieht es Sehr schön Ja 1900 Schon Auch taktisch versiert Hier Und Das kostet jetzt Ordentlich Material Jawohl 1-0 Stark Phönix Super Partie Sehr gut gemacht Ja schade Roland Bisschen Früher Was machen Am Damenflügel Bauer nach vorne Nicht am Königsflügelspiel Mit F5 Eigentlich spielt man Am Damenflügel Und Ja dann Die Taktik hier erlaubt Läufer 6 Stattdessen Vielleicht Aber ist natürlich Ohnehin schwierig Ja schade Schade Okay weiter geht's Nächste Partie Nächste Partie Raphael Hesse The real Lannister Jetzt come on The real Lannister Raphael macht den Deckel drauf Raphael Hesse Zum ersten Mal dabei Aus der Schweiz Wir grüßen unsere Freunde In der Schweiz Okay Sie haben sich gepaart Ich hole mir kurz Das zu trinken Aber könnt schon schaden Und bitte stumm schalten Ihr habt Den Großmeister Gehört Ja Ihr fandt schon mal Sehr gut Toptisch Sehen wir D4 Bisher sehr schnell Alles Theorie Läufer B4 Ist der Theoriezug Sehr schön Das ist eine Sehr solide Variante Mit weiß Die spiele ich auch Rujade Jetzt mit schwarz Bitte Ja Rujade Genau Hier ist Läufer G5 der Hauptzug C6 Macht man hier Um den D5 Zu decken Das ist alles schon Tausende von Male Gespielt worden Ich spiele hier In H3 Nicht Läufer G5 Und dann mit der Idee Dame F3 Und dann Läufer nach F4 Oder G5 Ich ziehe nicht Läufer Das habe ich vor 30 Jahren Gespielt Bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft Deutsche Jugendmannschaft Mannschaftsmeisterschaft Diesen trockenen Kram hier Oh je Ja Kabel Meine Liebe Das habe ich vor 1990 Bei der Deutschen Jugendvereinsmeisterschaft Gespielt DJVM Oder wie das heißt DJVM Genau Das spiele ich auch Heute noch im Blitzen Ja Ja Wird auch auf hohem Niveau Ab und zu gespielt Aber es ist sehr Mies Lass dich Ich weiß Sehr langweilig Wie langweilig Würde ich es nicht nennen Naja Doch Mal schauen Wie schwarz damit klarkommt Weiß hat noch keine Sekunden Verkauf Zeit verbraucht Weil das halt so Easy zu spielen ist Keep it simple Ja gut Den Läufer sollte man halten Läufer H4 Ja Naja Bisschen passiv Ja B8 ist hier ein Standardzug In solchen Stellungen B2 attackieren Und den Turm aktivieren Und den Turm aktivieren Auf der B-Linie Oder Läufer E6 Turm E8 Figuren ins Spiel bringen Ganz stupide Man kann auch C5 machen Jetzt würde mich jetzt anlachen Warum nicht Ab geht die Post Ja Ja Er hat Läufer D2 gemacht Normalerweise ist das ein bisschen zu früh Wegen Turm D1 Und dann gibt es Probleme häufig Aber Dadurch dass der Läufer auf D2 steht Ja Könnte es gehen Könnte es gehen Läufer G4 Gut Das ist ein sinnloser Angriff Auf die Dame Nicht so gut Denn wenn der Läufer weg ist Dann kommt Läufer schlicht H6 Vielen Dank Das stimmt Jetzt droht schon H3 Ja Läufer D6 Umso besser Guter Zug Dame H4 Dame H4 Oder Läufer F4 Aber Dame H4 Ist natürlich ein bisschen aktiver Diese Opferideen auf H6 Liegen dann in der Luft Zumindest Kann man mal drüber nachdenken Dass man reinhackt Aber Dame H4 Sollte es schon sein Läufer F4 Geht natürlich auch Ja Naja Über Springer A5 Sogar nachdenken Oh Feine Herr Sollte Schwarz spielen Denke ich Denn ansonsten Könnten die schwarzen Felder Ein bisschen anfällig sein Ja Springer A5 Gefällt mir gut Dann den Läufer Auf E4 Mit dem Springer schlagen Und dann eventuell Den D3 schlagen Aber man kann auch Auf E4 nehmen Hauptsache Man stellt den Läufer nicht ein Ja gut Was denkt der jetzt So lange nach Der Läufer hängt Ja Nein Der war eine Option Ja Oder Läufer B4 Oder was Ich meine Es ist nicht so kompliziert Ich glaube Das Problem ist hier Er sucht nach Was Besonderem Was es aber nicht gibt Schach ist häufig Einfach sehr einfach Und Gerade wenn Drohungen sind Abwehren Jetzt macht er tatsächlich Springer A5 Okay Ja Hat sich doch die investierte Zeit gelohnt Ja Hoffentlich Eine Minute weniger Ja Aber steht jetzt schon Fast ein bisschen Angenehmer Ja oder Ja würde ich auch sagen Der Läufer ist dem Springer Im Endspiel Wahrscheinlich auch Überlegen Also kann man tauschen Weiß kann natürlich jetzt Dame A5 spielen Und Matze drohen Ja dann kommt G6 Dann kommt man nicht weiter Oder auf G3 Nehmen Okay Weiß sollte den Läufer Zurückziehen Schön den Läufer behalten Aber ja Schwarz spielt Turm B8 Dame A6 Das geht hier Ab nach vorne Mit für Schwarz Ja aber wichtig ist Dass man versteht Dass man alle Figuren Mitspielen lassen muss Es ist eine Armee Alle mit Turm B8 Liegt total auf der Hand Hier Dame A6 auch Ja Ja hier sollte Schwarz Nicht zu lange nachdenken Ja ja Also einen dieser Züge Sollte man jetzt machen Dame A6 Oder Turm B8 Das deutet darauf hin Dass er hier zu kompliziert denkt Ja ja Das muss nicht sein Ich wusste dass er irgendwie H5 oder F5 machen will Weil er schon die ganze Zeit Die Dame attackiert Aber die Dame ist nicht weg Und dadurch schwächt sich schwarz Ja Dame F3 Die Dame ist die stärkste Figur Also wenn man die angreift Sagt die ja Autsch und ich hau ab So ne Und dann haben wir Es ist Das Spiel Der Sinn des Spiels Ist nicht die Dame zu fangen Ja und das war Wobei es helfen würde Also das wäre jetzt So in dem Sinne Wäre jetzt G5 Mit der Idee G4 Um zu versuchen Die Dame zu fangen Ja aber da Das funktioniert nicht Also wenn es funktioniert Schön und gut Aber es funktioniert hier nicht Ich meine die Dame Kann immer zurück nach D1 Und da wirst du die Dame Jetzt nicht fangen Weiterhin Dame F6 Die Dame ins Spiel bringen Türme verbinden Turm B8 Aktivieren Die Schwerfiguren Wollen auch mitspielen Lasst sie spielen Und der verbraucht Und der verbraucht zu viel Zeit Für Ich wusste ich Tatsache Das ist was er die ganze Zeit macht Er versucht die Dame zu fangen So völlig sinnvoll Ja das ist ja Das ist ja das ganze Konzept Ja jetzt G3 Und dann schön mit dem Turm Bald rein auf E6 Ja 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 Er schlägt sich selbst hier Ein bisschen Aber gut Objektiv könnte das alles Noch halbwegs Okay sein Also Schwarz steht schon Ganz relativ fest Ja G4 Sollte man einschieben Ja weil Springer G6 Dame H5 Sieht schon übel aus Also nochmal Warum ist das schlecht Ganz einfach Er hat den König Mega geschwächt hier Der König ist total offen Jetzt der Schwarze Und viele viele Schwache Felder hier In seinem Lager Und weiß kann das ausnutzen Indem er reingeht Mit den Figuren da Und das war alles ohne Not Weil er Einem Hirngespinst Hirngespinst nachjagt Nämlich die weiße Dame Mitzufangen Was wie gesagt Nicht das Ziel des Spiels ist Die Dame kann man Nicht einfach so fangen Ja und jetzt hat man Probleme Jetzt muss er verteidigen König G7 ist der Einzig sinnvolle Zug Und jetzt kommt Turm E6 Jetzt muss er Turm F6 spielen Das einzige Züge Muss er jetzt machen Die ganze Zeit Einzige Jetzt sieht man die Nachteile Der Bauernzüge Die Felder sind geschwächt Der König ist schwach Und weiß Ja Bringt die nächste Figur ran Ist jetzt hier im Angriff Ja finde ich sehr instruktiv Also hier ist schon ganz schwierig Für schwarzen Zug zu finden Er muss jetzt sowas wie Hier muss er wirklich ganz cool bleiben Und Turm B8 ziehen Oder so Ja aber was dann Läufer D3 oder sowas kommt Weil es bringt mehr Angreifer ran Und dann Turm B7 Ja dann kann ich schon den Bauern nehmen Auf F5 Also Ja ja Ich glaube Das glaube ich eh nicht verhindern Ne Ich glaube hier ist schon Am Moment Das ist schon sehr übel Springer F8 geht vielleicht Springer F8 ja Um den Turm rauszukicken Wow hat er gefunden Nicht schlecht Wichtiger Zug Ganz wichtiger Zug hier Ja ja Am Moment Turm E8 Gewinnt Turm E8 gewinnt So Ja klar Ups Ups Ja Also Idee war gut Hätte er erst noch Vorbereiten müssen Mit Turm B8 Ja Und jetzt The Real Lannister Auf der Ähm Ja Aufpasst Kann die Partie In einem Zug entscheiden Immer wieder Taktik Freunde Immer wieder Taktik Mr. Fister Danke für die 5 Euro Mein Lieber Das ist lieb Jawel Denkt lange nach Ne Ja ist kein leichter Zug Wobei die Damen angreifen Da denkt man schon immer Irgendwie drüber nach Ne Aber Weiß ich nicht Ja ist ein bisschen schade Weil Schwarz stand super Er hat nur Auch hier wieder Obwohl das 19 Nun fast 2000 ist Das sind grundlegende Fehler Die gemacht werden Die Entwicklung wird einfach Nicht abgeschlossen Bis zu einem ganz ganz Hohen Niveau Wird Werden die goldenen Regeln nicht eingehalten Bis zu einem wirklich Sehr sehr hohen Niveau Inzwischen Da sind immer wieder Die gleichen Sachen Er hat Der Turm steht immer noch Auf A8 Wie am Anfang Er hat den 20 Züge lang Nicht gezogen Und jetzt ist es vorbei Weil er sich selbst Geschwächt hat Das war halt unnötig Weiß hat nichts gemacht In der Partie eigentlich Ne Nicht besonders viel Nur die Drohung Abgewehrt Und dann die Schwächen ausgenutzt Na stand wahrscheinlich Sogar schlecht Warum hat der Turm B8 Springer F8 vorbereitet Weil dann der Turm Gedeckt ist auf B8 Deshalb kann man das Da machen Hier ist der Turm Eben ungedeckt Wenn man jetzt die Dame zieht Dann fällt der Turm Ja gut Und das ist jetzt auch Keine Lösung Die Dame zu opfern Ja Das sollte Weiß auch gewinnen Dame schlägt zu 6 Kann man nehmen Dame c8 geht auch Dame f7 Bitte? Ja ist gut Gut Man kann den Bauer nehmen Auf d5 Kann Läufer d3 spielen Ja schwarz hat hier nicht So viel Figuren Um irgendwie was zu unternehmen Läufer d3 ist gut Ja Ja schwarz hat sich selber geschlagen Man muss das wirklich so sagen Tummi 1 König g2 D4 Es wird weiter irgendwas angegriffen Aber das führt zu nichts Ich meine Das kann den Bauer in dem Auf f5 Kann den Springer nach a4 ziehen Ja Alles klar Ja ich war kurz weg Ich muss wieder online gehen Okay Also so eine typische Seltsame Unterbrechung Für 1 streamen gerade online Ja ich war kurz weg Ich gucke ob ich jetzt wieder online gehen kann Okay Dann kann es gleich losgehen Ja ich bin eigentlich da Also eine ganz komische Unterbrechung Okay Für eine Minute Ja gut Das reicht ja mit der Streamländer Dass man aus ist Ja es ist nervig So Leon Okay Sollen sie loslegen oder Ja Okay Freunde Legt los Bitte stumm schalten Und viel Spaß und Erfolg Schachprofinant Bist jetzt gewechselt Ja The Big Week Sollte auch wieder online sein Denke ich mal Ja Bin ich auch Okay Sehen wir Night Off hier Von Tilly Tornado Das wäre ein ungewohnter Gast Im Subbattle Nein Springer C6 Der Springer C6 erlaubt Weiß hier den Zug C4 Und dann den Springer dahinter zu entwickeln Und das nutzt Leump auch gut Okay Jetzt bekommen wir hier Den Drachen quasi Beziehungsweise Ja Beschleunigter Drachen Obwohl nicht ganz so beschleunigt Aber Ja Marocci Struktur Das hatte ich auch erst gerade am Wochenende In ähnlicher Form Mit Weiß Ein bisschen besser für Weiß Aber auch recht solide für Schwarz Gegen wen? Das hatte ich in der ersten Runde Gegen Baumegger Siegfried Siegfried Baumegger Ist 1 plus 0 Euro Meinung nach Nicht richtiges Schach Ja Ob Bullet Nicht richtiges Schach ist Oder Ultra Bullet Oder wie alle heißen Ja Es kommen eben irgendwie Die andere Qualitäten noch In den Vordergrund Eben in der Zeit Du wegnimmst Klar ist es noch Schach Aber ich sage mal Der Fokus ist so sehr Auf schnelles Ziehen Das Ja Das ist schon sehr Sehr anders ist Nix Falsches sagen Ja ja Warum Falsches sagen? Er sagt C-Dur Weil er ein großer Fan ist Von dieser Zeitkontrolle Scheinbar Ja Schwarz würde gerne B5 spielen Wenn das möglich ist Unter guten Umständen Sich ein bisschen befreien Warum ist weiß zurückgegangen Jetzt nach C2 Weiß ich nicht Vielleicht B4 Keine Ahnung E6 Ja Beide Seiten Stehen so rum Türm in die Mitte Das würde nicht schaden Genau Turm C1 Turm D1 Das sind so Standardzüge hier Ja C2 Weiß ich nicht Können Keine Ahnung Ja Turm C1 Ist ja logisch Aber Ja Was Kann im Moment Nicht aktiv Richtig Ja Sollte man da mal A5 spielen Und dann Mit B5 Liebäugeln Dann ist aber A3 Sehr stark Ja A3 B4 Ja das stimmt Da läuft man direkt rein Okay mach da mal A5 Jetzt Liegt B5 in der Luft Und wenn Schwarz Unter guten Umständen Zu B5 kommt Dann Kann er auch mal Das Ruder übernehmen Aber jetzt steht der C2 Springer richtig Weil er A3 B4 unterstützt Mit A3 Gedeckt Und kann B4 spielen Ein wichtiges Tempo gewinnen Und die Dame Bissern wieder ganz weit Zurück nach D8 Ja Könnte A3 Tum C8 spielen B4 Dann mit der Dame Wieder zurück Weiß steht hier besser Aber ist nicht so leicht Durchzukommen Ja mal gucken Mal gucken ob er A3 Ist man überhaupt Findet Ja das ist die Frage Ich weiß nicht Ja findet er Ja aber Extrem logischer Zug Ja man möchte expandieren Schön 20 Sekunden mehr Auf dem Tacho A3 gefunden Ruder Ja ich finde Insgesamt Ist die Qualität Heute recht hoch Würde ich sagen Also klar Wir haben ein paar Richtige Blander gesehen Dameinstelle Aber insgesamt So über alle Partien und Züge hinweg Finde ich schon Sehr viel Vernünftiges dabei Ja Dame D8 Musste auch nicht kommen Erstmal den Turm Auf die Zählinie bringen Dann die Dame dahinter Ja wichtiges Tempo Geschenkt bekommen Jetzt geht der Springer Nach D5 Ja warum nicht Kann man machen Standardzug Springer A5 hier Aber dann kommt Springer D4 Ja Ah Weißt du wer im Chat ist Dr. Zaun 11 ist dabei Harald Grüß dich Ja Unglaublich Ja Wollte es mal schaffen So ein Stream Ist es endlich geschafft Grüß dich Harald Schön dass du dabei bist Nur im falschen Stream Harald Vielleicht ist er bei dir Auch gleichzeitig Ich glaube mit Twitch Kennt er sich nicht so aus Ja doch Er ist bei Twitch dabei Grüße aus Köln Ja Grüße zurück aus Berlin Mein Lieber So Tom geht auf die offene Zählinie Ja weiß Steht hier gut Mit dem Raumvorteil Aber Nach wie vor Muss man schauen Wie man durchkommt Weiter Raumgewinn B4 H3 G4 F4 ist so richtig Ja Harald ist ein Harald Was darf ich verraten Hier wer du bist Dass du uns unterstützt The Big Greek Und mich Das darf ich verraten Nicht mal an oder Ich weiß nicht was du Hinaus verraten Möchtest Aber Ein Schachliebhaber Auf jeden Fall Und Unterstützt hier The Big Greek Und mich schon seit Jahren Tatsächlich Immer wieder Also Grüße gehen raus Auf jeden Fall Ja weiß besetzt Die C-Linie Kann die Dame Auch nachsetzen Dann reinkommen H3 ist zu langsam H3 ist zu langsam Jetzt kein schwarzer Gegenheim Mit Turm C8 Moment Er will den Springer Fangen Ja E4 Er fängt den Springer Aber der Bauer Hängt auf E4 Aktuell noch Ja ja Alles offen Okay Jetzt nicht automatisch Stehen auf C8 Dieses reflexartige Tauschen Nicht dem Gegner Die C-Linie überlassen Es gibt ja übrigens Eine Strategie Weil man spielt Da mit Turm C2 Und dann da mit C1 Dahinter Ah Das ist schlau Ja Schönes Manöver Hier Turm C2 Oder Turm C3 Um die C-Linie Nicht abzugeben Das ist die einzige Offene Linie Darum muss man kämpfen Ja F4 Geht das Ja das kann ich Nicht so gut rechnen Wenn ich eigentlich Springer E4 Also Schwarz kann das So den Bauer nehmen Aber weiß Zieht die Dame Dame E1 Oder so Dame E1 Und der Springer Hat keine Felder Wow Ja man darf nicht Zu früh aufhören Zu rechnen Ich weiß nicht Ob er den Zug gesehen hat Ich gehe jetzt mal Davon aus Aber Es funktioniert Der Springer ist weg Mitten auf dem Brett Ich meine Schwarz bekommt immerhin Zwei Bauern Irgendwie Aber Das ist gut für weiß Oder gibt es irgendeinen Trick Den wir nicht sehen Ja gut Der ist aber jetzt Überrascht Er hat damit nicht gerechnet Dass der E4 Plötzlich geschlagen wird Ja aber er wird sich sammeln Und die Dame ziehen Hoffentlich Was sonst Also ich meine Der C8 Zwischenzug Ja Aber selbst das Würde nichts Ach ne doch Das würde das Feld D7 freimachen Das wäre Quatsch Ja Dame D1 Ja Vielleicht kann man jetzt Kann man drücken Das will man probieren Turm C1 Und dann Springer G3 Aber Es kann diese Drogen Ja alle abwehren Irgendwie Oder Turm C1 Dame C1 Und dann Springer G3 Vielleicht sollte man es Mit dem Läufer schlagen Oh Fe5 D F5 Oh ja ja Aber Läufer F2 Hab ich Ja Wobei Ja Zumindest kriege ich ein paar Bauern Der Bau auf D5 Ist auch noch Also Tito Nero darf jetzt nicht Den Kopf In den Zement stecken Sondern muss hier Weiter Probleme stellen Das ist noch lange nicht aus Aber gut Die Türme abtauschen Sieht soundvoll aus Dame muss nehmen Jetzt bitte nicht lange nachdenken hier Die Dame nimmt Die C-Linie kontrollieren Nicht mit dem Läufer Warum eigentlich nicht? Eigentlich Mit dem Läufer geht auch Das wäre sogar besser Sandman Vielen Dank für die 10 Euro Mein Lieber Danke dir für die Spende Wir machen weiter so Schön, dass es dir gefällt Na ja Denkt jetzt Relativ Zu meinem Geschmack Etwas zu lange nach Ja okay Von mir aus mit dem Läufer Hält den D4 mit der Dame gedeckt Und den Läufer auf E2 Auch gedeckt mit der Dame Jetzt ist der Springer angegriffen Aber Schwarz bekommt mindestens Zwei Bauern Vielleicht sogar drei Nach Springer G3 Ja Springer G3 Sieht gut aus Ja Sorry Freunde Ich habe alle Fenster kurz minimiert Und dann wart ihr Alles weg Irgendwas habe ich gedrückt Oder rumgespielt hier So Springer G3 Ja oder man probiert irgendwie Über die Zielinie zu kommen Dame C7 Harald sagt Natürlich werde ich das nächste Mal Beim Stream von The Wonderful Greek dabei sein Okay Dann wirst du Dann wirst du Georgius beähren Alles klar Dann ist Georgius auch nicht eifersüchtig Dame C7 macht er Ja Hier ein bisschen Auf die schwarzen Felder Ist alles nicht so leicht für Weiß Läufer schlägt E5 Ist nicht so leicht das zu verwerten Oh jetzt schon Dame C5 Oh 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 Dame C5 Ist direkt GG Ist sofort vorbei Sofort vorbei Ist schon fast matt Dame B6 genauso Wow Okay Let's go Comeback time Comeback time Let's go Ja das ist gewonnen für schwarze Sofort Sofort Ja Springer F2 Matt Ist einfach matt Springer F2 Springer H3 Ah ne wo ist das matt Ja wird schon irgendwo matt Ja die Dame Und dann sitzt der matt Uiuiuiui Ja Schwarzen Felder Ich hatte es noch gesagt Du weißt Hättest du Läufer E3 spielen sollen Oder sowas Aber Ne Dame Nicht Dame C1 Dame C1 Nicht Läufer C1 Ja Gut aber das war noch nicht der Fehler Aber Ja Tja Es ist zu kompliziert gedacht Häufig auch Häufig die einfachen Züge Die Die auf der Hand liegen Eigentlich die gemacht werden müssen Ja jetzt komm Gib auf Das ist die Dame weg Hat er aufgegeben Ja Hat er gehört Ich suche noch das matt Ja Let's go Seelenbrenner Jetzt bist du dran Komm Komm Hol dir das Ding Seelenbrenner Das ist für ein Nabel Ja Okay Gegen die Real Chess Passionist Wow Ein Punkt trennt die beiden Aber Seelenbrenner ist vorne Komm Zeig dass du einen Punkt mehr hast Seelenbrenner Let's go Ich bin heute fast nur schwarz Die ganze Zeit Ja das stimmt auch Leider Also die Anzugspot Keine Rolle Kann sich jetzt ändern hier Auf dem Niveau Auf geht's Ich wollte Harvey Specter sehen Der Harvey Specter war schon lange nicht mehr dabei Mein lieber Ehrenbuch Schon ewig angesehen Ja Muss ich glaube ich ein neues Öffnungsreport aufbauen Wieso bist du nervös Sebastian Du spielst auch gar nicht heute Ja Man kann ja trotzdem nervös sein Boah Wir kriegen mal D4 zu sehen Noch katalanisch Jetzt werden aber hier die Waffen ausgepackt Katalanisch Läufer B4 und C6 in Kombination Na gut Ja mit D6 gibt es das Ach der Real Chess Passionist ist Sebastian vielleicht Oder was Achso ist ein neuer Account oder so Keine Ahnung Keine Ahnung Egal Auf geht's Sagt Cedo zumindest Da spielt man ja nicht mit Läufer D6 Nicht mit Läufer E7 Ja Es gibt tausend Systeme im Katalanen Ja ja das habe ich mal Riesenwelte Wobei der Schach eigentlich etwas Früher kam Nein Das war schon Ja Astläufer B4 Achso okay Und dann Naja Anyway SB3 Okay deckt den Bauern Sieht vernünftig aus Springer C3 Ja man kann mit Schwarz hier sehr früh Springer E4 spielen natürlich Aber da steht der Läufer natürlich auf D6 Viel besser So weiß möchte den Läufer umgruppieren Aber das macht er sehr früh Erstmal Springer C3 oder Also sieht komisch aus Ja ja Es ist ein bisschen früh was er macht Ja Lucy Gaming Man muss Mitglied sein hier Um mitzumachen beim Subbattle Genau Losen sagt sein Gegner ist gerade nicht online Ja warten wir erst mal ab Warten wir erst mal ab C5 Kann man schon C5 machen Ja warum nicht Ich meine Alles steht bereit Ja das Irgendwie weiß war zu langsam 5 weiße Siege 6 schwarze Siege Ja hat sich scheinbar geändert nach dem Start Wo sieht ihr das? Ne Es sind deutlich mehr schwarze Siege Glaube ich Ne Tatsache 1 2 3 4 5 6 5 Na gut Danke Für diese Information Ja Einmal den Kriegen verbessern Das ist immer eine schöne Sache Verbessern ist immer noch mehr schwarzig oder? Das stimmt ja Das stimmt Okay C5 Ja was macht man jetzt? Spannung halten Ne Ich glaube einmal auf D5 schlagen zumindest Ja Flosen Warte du erst mal ab Ich möchte aber spielen Warte das Du wirst schon spielen Flosen Sonst spielt Schieb oder so Oder Schieb? Du bist immer bereit Springer E5 sieht komisch aus Das kann nicht gut sein Das kann nicht gut sein CD4 Springer D7 DC3 Ach du Scheiße Oh CD4 Gewinnt schon fast direkt Dame D4 Läufer C5 Dame F4 Läufer D6 Das sieht alles schon sehr krumpelig aus CD4 Liegt auf der Hand Die Dame möchte nicht Springer E5 Oh okay B8 Was für ein passiver Zug Krass Er hat Angst vor Läufer Dass der Läufer da hängt Ja wir schlagen auf C4 Aber schlagt auf D4 Der Springer ist doch Anfällig Richtig Ja richtig Pauli sagt dann spielt er für Ruschi Ja Habe ich nichts gegen Was Wie was Pauli spielt für Ruschi Pauli sagt dann spielt er für Ruschi Und Die meinte er wahrscheinlich Okay Alles klar Ja Pauli Wo ist denn Pauli heute Warum spielt er nicht mit Naja Spielt ja immer Kann ja nicht mal spielen Also nicht immer spielen Aber ich dachte er spielt immer Okay komm Seenbrenner Wir brauchen Züge Schlag auf D5 Schlag auf D7 Mach irgendwas Ja lass es natürlich auch mal Zeit Brenn dir noch ein Komm Okay Lass dir Zeit Du hast doch 2 Minuten 36 Die könntest du locker ablaufen lassen Ja ich glaube nach CD5 Könnt schwarz immer auch CD4 machen Aber Das ist so kompliziert Das mal dahingestellt Für Real Chess Passionist Auch ein geiler Geiler Name Der sich verpasst hat Ne Ja aber wie viele Real Leute haben wir da dabei Elli der Echte The Real Laddister Ist das heutzutage Muss man das dabei schreiben Damit Die Leute wissen es nicht Der Fake Chess Passionist Oder was Ich meine Ich verstehe das nicht Ist Harald noch bei dir im Stream Harald bist du noch da Mensch Viel Erfolg mit dem neuen Buch Ist heute angekommen Die unheimliche Stille Warum Außerirdische Intelligenzen Und Super Zivilisationen Schweigen Sieht gut aus Hat er dir geschickt Hat er mir geschickt Ja Ich bin in dem Buch Insofern Ist das nur logisch Ich werde in einem Satz erwähnen Ja danke Harald an der Stelle Hat einen Bezug genommen Auf Schach Interessant Ja So jetzt hat er geschlagen Moment Was hat denn Weiß gespielt Tommi 1 Ah Nein Oh Gott Du bekommst auch 1 The Big Green Alles gut Alles gut Erstmal vielen Dank Für die Mail Die ich gerade erhalten habe Okay Was du alles noch checkst Ich dachte du konzentrierst dich Voll und ganz auf den Streamern lieber Ich bin Multitasking Ja alles klar Wenn Männer das sagen Ich kann das von mir überhaupt nicht Ich bin Multitasking fähig Tatsache Whatsapp wird kontrolliert Mails werden gecheckt Discord wird gecheckt Alles Außerdem Auch überall Du redest so viel Dass ich eh Mich um einander Ich rede deshalb so viel Weil von dir nichts kommt Nee ist klar Ja D schlägt C3 Ist schon ein enormes Problem Jetzt Danach kann man quasi Die Ja Kann ich Die Pranke rüberreichen Ja stimmt Zwei Haralds Haben das Buch geschrieben Nee Harald Das Harald Zaun Hier im Chat Ja gut Es gibt auch Springer F6 Hier noch Wo ist das Problem Achso Läufer F6 Und dann Deck den Bauern Muss man machen Muss man machen Ist alternativlos Ist jetzt alternativlos Ja damit die vierte Man machen soll Nicht auf D7 schlagen Aber Läufer C5 Dann schlägt Schwarz auf E5 Schlägt auf F2 Spielt die Gabel Ist auch schon Feierabend Ach mir Cheers Passionist Wenn du mal ein Subbattle Hier für uns entscheidest Ich glaube das ist das Glück Des Jahres für dich Komm Komm schon Auch immer geil Immer dieses Pre-Moven bei ihm Finde ich auch immer geil Ja aber Okay also Da kann man jetzt nichts sagen Was hat er denn jetzt mehr An Bauern Das ist jetzt nicht die Welt Es gibt C2 Aber das ist ja Quatsch C2 bringt nichts Gut jetzt Bauer mehr Weißt du was du hast Ja Bauer mehr Um plus zwei Minuten Also ich meine Ich meine Das Ist schon einiges Dame C2 Auf C4 nehmen Das ist gut D4 ist auch gut C4 wäre aber eine Schwäche gewesen Die hätte man sofort Mit Dame C7 Turm C8 Erobern können Jetzt ist es geschlossen Das ist nicht so klar Ja also Das Zeitproblem Macht mir am meisten Sorgen Nicht so sehr die Stellung 40 Sekunden Gegen 2 Minuten 50 Ach ja Mensch Heute hier Besuch von allen Seiten Jetzt ist mein Tischtennis-Coach Dabei Ali Grüß dich Du hast echt einen Tischtennis-Coach Ich habe einen Tischtennis-Coach Ja Guter Mann Macht sehr viel Spaß Kann ich nur empfehlen Ich habe mich schon Verbessert Aber es gibt noch Viel Viel Luft nach oben Aber spielst du im Verein Noch oder nur so Ne Ich spiele nur so Ich weiß Ali Irgendwann soll ich mal irgendwo spielen Aber bisher Nur Training So ein bisschen wie Es gibt viele Leute im Schach Die auch nur Training machen Aber dann nie eine Partie spielen Aber mir macht das Spaß Okay Ich werde bestimmt irgendwann mal Ein paar Ein paar richtige Spiele machen Und so weiter Ja Ali hat Jetzt Deutsche Meisterschaft gespielt Am Wochenende Aber Ja Leider nicht so gut gelaufen Naja Aber schaut da gerne mal vorbei Wenn ihr euch für Tischtennis interessiert Guter Kanal Rusty Ryan fragt Streamst du noch über Facebook Huschir Ne leider nicht Restream hat nämlich das geändert Man kann nicht mehr kostenlos Über Facebook streamen Gleichzeitig Mit Twitch Und YouTube Man kann nur zwei Dienste auswählen Und naja Habe ich mich unter Tränen getrennt Von Facebook Was soll man machen Ja ja Tausende von Zuschauern Schauen jetzt in die Rede Ja 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 Läufer G5 stark Schön nach D2 rein Aber er weiß kein Läufer C1 spielen Kann das verhindern Läufer D6 Das macht nix Außer er will F4 spielen Aber das Doch F4 Ja Gefällt mir Gefällt mir Ja okay Kommt der Gegenschlag hier Nein Er nimmt viel zu schnell raus Viel zu schnell Er wollte Dame G4 machen Und merkt jetzt da Zum G3 Zum G3 ja 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 Schade dass er nicht Dame G4 noch schnell gespielt hat Obwohl Er ist einziger Aber er verliert jetzt den D4 Jetzt wird es richtig spannend wieder Und das ist alles total unnötig Total unnötig Auch wieder Zug Oh Gott Läufer H6 F5 Okay Geht auf die weißen Fäder Läufer E3 Er geht auf D4 einfach nehmen können Kompletter Unsinn Im Beispiel Naja Dame G4 Ne 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 Dame G4 wird angekommen Hat er doch Achso sorry Ja aber F5 Jetzt Läufer E3 Oder Läufer E3 Ne Dame D8 Das ist ein guter Läufer E3 Was ist denn das für komplizierte Schach Der Bauer ist angegriffen Ach der Bauer hängt Der Bauer hängt Yes Let's go Let's go Wir sind back Wir sind back Zwar immer noch eine Minute weniger Aber auf geht's Turm D7 E5 Alles easy E5 hier Ja Läufer D2 dann irgendwas Nach wie vor Nein Läufer reinstellen Aber der weiß hat auch einen starken Läufer Läufer D2 Dame G5 Schach Läufer D2 Tome E4 Alles drin hier Alles drin Komm schon Seebrenner Volle Konstellation Da geht noch was Da geht noch was Na keine Mucke hier Fames Wir brauchen keine Mucke Um Stimmung zu machen Wir machen die Stimmung Dame G5 Schach Brauchen das nicht Dame G5 Schach Sollte auch gut sein Damit er die Damit die 2 geht ja gar nicht Was erzähl ich denn da für einen Scheiß Geh König zurück Jetzt bei den Bauern Ja der Bauf F empfängt auch Aber Die Zeit nach wie vor 15 Sekunden Ist natürlich echt knackig Ja aber Er verliert komplett die Kontrolle Er weiß gar nicht was er machen soll Er ist total nervös auch Ja gut Die Aussicht das Match zu entscheiden Das würde mich auch nervös machen Aber jetzt Ja was macht er Dame H5 Dame H5 Irgendwie Die Türme kommen nicht ins Spiel Dame H5 ist ein guter Zug Ja jetzt kann er zumindest auf F5 schlagen Ja ich kann auf F5 schlagen Komm Nimm den Bauern Das hilft schon mal Natürlich Ja aber Weiß mit dem Läufer auf D6 Ist voll in der Partie Dame G3 Turm G1 Auch okay Mach G6 einfach Ja G6 Läufer Weiß würde B4 C5 spielen denke ich Weiter da Ab nach vorne Aber Läufer G7 kommt Läufer G7 Oh Das ist eine Katastrophe Das ist eine Katastrophe Turm nehmen auf D4 Dame F3 Das kann nicht gut gehen Irgendwie hält es noch zusammen Für den Moment Aber Ja aber Das dauert so lange Ach hätte er auf E5 schlagen können Und fesseln mit der Dame Ja Aber was will er denn mit dem Schach Ja und jetzt muss er Läufer E3 Ich bin sofort Na ne Läufer E3 Dame D3 noch Aber Läufer E3 ist trotzdem ein guter Zug Und dann Turm E5 Ja jetzt macht er Dauerstack Jetzt macht er Dauerstack Jetzt macht er Dauerstack Es ist ihm zu heiß Es ist ihm zu heiß Es ist ihm zu heiß Dame G1 machen Ja da war für wer kämpft Läufer D6 Läufer D5 Was soll das Läufer G7 oder was Nimm den Bauern halt Läufer G7 Komm Oh jetzt trot E6 Macht das Tumic 2 Dame Helf 1 Er gewinnt den Bauern Er gewinnt den Bauern Oh je Oh je Jetzt wird es schwer Jetzt wird es schwer Der König ist so schwach Zieh irgendwas Nicht auf Zeit verlieren Aber für die 5 Komm Dame C1 Zieh Hauptsache nicht auf Zeit verlieren Ah jetzt schlägt er Und Tumic 1 Das war es Tumic 1 ist vorbei Das ist matt Ne es ist kein matt Aber er tauscht die Damen Und gewinnt das Bauern ins Spiel Also ich spiele nicht selber Ali Wir schauen hier zu Aber es ist natürlich auch sehr spannend Abtauschen Bauern ins Spiel gewinnen Das ist jetzt easy Macht er Schade 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 G5 Komm G5 musst du spielen Muss er nicht machen Nein Muss er nicht machen Ja aber so ist komplizierter Egal Naja H4 A5 Ist egal A3 Naja aber der König läuft schon rein Das ist ja schon Komplett vorbei jetzt Oh König E5 jetzt Moment König E5 A4 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 Ja okay Wenn er A4 jetzt findet Dann ist wirklich H4 H4 Nicht Ja oder H3 Okay Er sieht A4 nicht Er sieht A4 nicht Ah doch Das war es Das war es Jetzt ist es vorbei Jetzt ist es wirklich vorbei Jetzt ist es wirklich vorbei Schade Schade sehen Brenner Gut zurückgekämpft Aber dann die Zeit Die hat sich doch Bemerkbar gemacht Die fehlen noch Schade Okay Glückwunsch Team TBG Für den Sieg Ja sicher Der Stream hat einen Delay Ja gut gekämpft Außer wir machen So viele Fehler gemacht Okay Dann haben wir auch eine Bonuspartie Auch die werden wir spielen Aber Jack Trent ist nicht online Okay 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 Dann Martin Willst du einspringen Für die Bonuspartie Ja oder Martin Ja Seenbrenner Springer E5 Das war eine Schnapsidee Muss man ganz klar so sagen Und Dann hast du wirklich gut gekämpft Aber du hast zu viel Zeit Auch weniger gehabt Das war sehr schwierig Aber du hast dich Du hast dich wirklich stark zurückgekämpft Läufer D6 und F4 war sehr stark Und Dann Ja Schwierig mit dem offenen König Ne Das ist schwierig Okay Schieb Ja du machst das Schieb Komm du machst das Kein Problem Gegen Flosen Flosen 6 Oder wie heißt der nicht Flosen Ja 3 plus 2 Macht ruhig 3 plus 2 Komm Kann ruhig ein bisschen flotter sein Jetzt zum Abschluss Sauber Sebastian Harald Jetzt sehe ich gerade deine Spende erst Danke dir Harald Vielen vielen Dank Mensch Genau das meinte ich auch gerade Ja Ich bin ja nicht Ich bin ja hier voll konzentriert Auf den Stream Ich glaube du bist eher überlastet Mit Parallelaufgaben Ja alles klar Flosen und Schieb Ja Ah ja hier geht es hier Haben sie Ja Harald danke dir Schieb ist ein bisschen underdog Aber Ich habe da volles Vertrauen in ihn Oh die Fantasy Variante Kann man machen Hat er sich abgeschaut Bei Fritzi wahrscheinlich Aber Schieb kennt die Theorie ganz gut Die Karokane Geschichten Ja Macht man das so Das ist echt eine Variante Mit der ich mich noch nie beschäftigt habe Kann man jetzt nicht auf E4 schlagen Den Bauern gewinnen Oder ist das ein Opfer Oder was Ja Die 3 spielt man eigentlich nicht Ja Vielleicht opfert man den Ich meine Naja Ja aber es ist schon ein bisschen viel Ne Ne Nehmen Und Ja Team TBG hat gewonnen Duscher Gut Läufer D3 spiele ich nicht Sagt Fritzi Ja Läufer D3 Kann man tatsächlich nehmen Auf E4 Und dann auf D4 wahrscheinlich Ja Und auf Ne Das ist es nicht Den Läufer freiwillig abgeben Und die schwarzen Felder Ja 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 Das ist komplett Ne Jetzt kann doch weiß Jetzt hat doch weiß alles was er will Eieieieieieieieieieiei Schieb Zentrum Läuferpaar Also Jetzt ist Weiß In der Traumstellung Gelandet Die er haben möchte Mit der Fantasy Variante Plus 5 Okay Ja nein So schlimm ist es nicht Aber jetzt schon sehr sehr schwierig Also Nein, aber er hat sogar einen Entwicklungsvorsprung. Ja, aber das Schach ist ja Quatsch. Der E4 ist doch gedeckt. Das bringt nichts. Er dachte, dass der E4 hängt. Jetzt kommt A4 Läufer A3, Dame E7 passt auch gar nicht rein. Also A3 ist eine Katastrophe. Du musst es irgendwie probieren. Sprich A6 und dann mit C5 spielen eventuell. Aber das ist echt schwierig hier. C5 direkt, okay. Ja, jetzt kann man über Läufer A3 nachdenken oder ruhig hier. Läufer A3, B6. Ja, B6. Jetzt Ruhade erstmal. Springer A6. Läufer A6, okay. Unorthodox, ja. Weiß ich nicht. Aber vielleicht. Ich weiß nicht, ob der Läufer auf A3 so gut steht. Das kennen wir noch ein bisschen aus dem Grünfeld. Der wird dann ein bisschen abgeblockt. C5 kann man wahrscheinlich schon gewinnen, wenn man es korrekt spielt. Aber das ist ein bisschen deep jetzt. Ja, Springer E5 ist auch. Muss er Springer F6 machen. Ja, der Bauer hängt auf F7, also aufgepasst. Gut, den will man sowieso machen. Ja, Weiß kann doch F7 opfern und E5 spielen. Ja, stark. Springer F7. Ist extrem stark, ja. Bisschen die Stellung aufreißen. Macht er stark, Flausen. Stark, stark. Der schwarze König wird sehr schwach sein. Ja, man findet keinen sicheren Hafen hier mehr. Ja, Springer D7 muss jetzt sein, damit man nicht mit dem Bauen widerschlagen muss. Ja, das ist zu weich jetzt. Der König ist zu weich. Besser Springer D7. Auch wenn es ja auch übel geworden wäre. Kann auf C5 nehmen. Materiell ist nicht so schlimm, aber das ist... C6 Springer C5, es geht noch. CW6. Aber CW6 geht natürlich. Das ist noch ein Bauer. Das ist noch ein Bauer, ja. Ja, muss man Turm D8 machen. Ja, gibt die Qualität, aber in Kommission mit den anderen Faktoren jetzt. Das ist zu viel. Schade. Ja, ist Einbahnstraßenschach, aber von der Eröffnung heraus schon. Ja, das war einfach die Fehlentscheidung, den Springer abzutauschen ohne Not, dann das Zentrum herzugeben ohne Not. Also da muss er sich verrechnet haben. Da wollte er bestimmt was anders machen. Ja, ganz klarer Sieg heute. Warum ist das Ergebnis noch nicht drin, Don Boer? Bei Real Chess Passionist? Oder ist die Tabelle hier nicht richtig? Ich weiß nicht, Martin das nochmal, weil er einträgt. Vielleicht hat er das vergessen. Ah, Schieb trägt das ein. Da haben wir 6, geht auf den Bauern D5. Äh, E6, bitte. Tomm E8 wahrscheinlich. Oder E5. Ne, der kann noch schon geschlagen werden. Schieb können Sie sich auch nicht vorbereiten. Gut, dasselbe gilt aber auch für Flosen. Also ich meine, das kann jetzt kein Argument sein. Oh je, das stellt den Turm ein. Ui. Ja, ich glaube, er konnte sich mental gar nicht vorbereiten. Er wurde da reingeworfen. Ja, das stimmt. In die Partie von seinem Kipptürn. So wirst er seine Spieler in den Abgrund. Ey, der Niklas. Unglaublich. Das ist klar. Ne, das war natürlich hier ins kalte Wasser gegen einen stärkeren Gegner. Aber, Schieb, sehr gut, dass du dich der Herausforderung gestellt hast. Wir haben es eben schon angesprochen, in der Öffnung den Springer zu tauschen und dann das Zentrum herzugeben. Das hat quasi, sag ich mal, den Weg in den Abgrund geebnet. Danach ist es sowieso schon schwierig. Ich fand, du hast es über weite Strecken gut gemacht trotzdem. Aber dann Läufer A6 war, glaube ich, verfrüht. Gute Idee positionell. Aber erst mal die Entwicklung abschließt mit Springer A6. Irgendwie wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja, habe es ihm zu leicht gemacht. Ja, das bringt es auf den Punkt. Okay, Klubwunsch für einen, ja, relativ klaren Sieg am Ende hier. Team TBG. 8 zu 5. 8 zu 5, ja. Keine einzige Remis-Partie, Mensch. Das haben wir auch selten, oder? Stimmt. Okay. Sag mal, kommentierst du jetzt Armageddon ab nächster Woche? Ich kommentiere ab nächster Woche Armageddon, ja. Tatsache. Aber von zu Hause aus, oder? Von zu Hause, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Co-Kommentator habe. Du hattest ja mit Sonja das gemacht, ne? Habe ich gar nicht gefragt. Nix. Keine Ahnung. Ich habe morgen so ein Technikus-Setup, da wo falsch das ist. Nein, das darf ich nicht. Ja, ich kann es auch alleine machen, aber es ist eigentlich besser zu zweit. Ja, das ist ein Format von World Chess. Und die wollen das so ein bisschen im Fernseh-Style machen. Also die spielen quasi nur Armageddon-Partien. Weltklasse-Spieler. Wer spielt? Ich weiß gar nicht mehr, wer spielt. Aber es sind gute Leute dabei auf jeden Fall. Letztes Mal waren Wesley Soh und Dominguez und Shankland hier in Berlin haben gespielt. Ich merke schon, du bist doch vorbereitet. Ja, das hat ja noch Zeit. Ist erst in der Woche, ne? Und man kann das auf welt verfolgen, auf welt.de, der Zeitung. Man muss allerdings irgendwie da Abonnent sein. Gut, kostet ein Euro oder sowas in der Art. Also wer Lust hat, ich packe nochmal, ich haue nochmal mehr Infos dazu raus, sobald ich sie selber habe. Aber genau, ab nächster Woche ist dann eine Woche sieben Tage Blitzschach quasi Armageddon-Format. Okay, du hast ja auch alles von zu Hause gemacht, ne? Ja, ja. Ja, okay. Ja, gut, mal sehen, wie das wird. Wie lange hat das immer gedauert, jetzt mal Hand aufs Herz? Immer eine Stunde zwanzig, anderthalb Stunden. Ah, ist ja entspannt. Ja, aber der Call vorher noch technisch. Immer einen Call noch vorher? Ja, um die Technik vorzubereiten, etc. Okay, und all around, also wie lange insgesamt immer? Ja, nicht mehr. Zweieinhalb, oder? Eine Stunde am Tag, so. Zweieinhalb, ja, okay. Definitiv nicht mehr. Gut, gut. Okay, gut. Ja, Freunde, dann, Georgis, machen wir Schluss, ne? Ja, erstmal den Discord-Call. Genau, wir machen den Discord-Call erstmal zu und dann wünsche ich deiner Community noch einen schönen Abend, dir auch und wir sprechen. Macht's gut. Okay, ciao. Gut, das war der Grieche. Das war das Subbete. Genau drei Stunden ist für mich auch ausreichend. Ich muss auch ein bisschen meine Stimme schonen, denn noch viel am Aufnehmen die nächsten Tage und ich hatte ein bisschen Halsschmerzen letzte Woche. Jetzt immer noch ein bisschen erkältet. Viele neue Kurse in der Pipeline, Freunde. Der FM-Kurs kommt auch, für alle, die sich das fragen, der kommt. Nicht nur FM-Kurs, das ist ein ganzes Coaching-Programm mit, was wir da für Leute herangeholt haben. Ich sage nur, wir haben einen Vize-Weltmeister dabei. Aber dazu kommt bald mehr. Und Tischtennis-Ali soll ein Video bringen mit mir für mehr Klicks. Ja, vielleicht machen wir mal was zusammen, wer weiß. Aber ja, gute Nacht Harald, gute Nacht euch alle. Erstmal Freunde von Twitch. Wohin schicke ich euch denn heute? Wohin schicke ich euch denn? So, wer ist am Start? Der Butch. Boah, der Butch hat schon 1700 Zuschauer. Crazy. Der hat eigentlich genug hier. Habe ich jetzt auch gerade gesehen. KI. Junge Dame aus Österreich, die sich schon von 800 auf 1200 verbessert hat. Bisschen Verschneiden mit der Community. Ja, das sind so die beiden Optionen. Ja, der Butch. Macht Schach-Coaching gerade. Gut, der hat schon genug Zuschauer, ne? Dann, ja, raiden wir mal eine neue Streamerin scheinbar. Die sieht ein bisschen aus wie... Naja, ich sage es jetzt nicht. Ich weiß nicht. Das ist immer, glaube ich, ein bisschen doof, wenn man so Leute vergleicht. Aber sehr professionell sieht das auf jeden Fall aus bei ihr. Der Kai, wie heißt sie denn? Heißt sie Kai? Hiho, it's dangerous to go alone. Ich bin K.K.I. Aber ihr könnt mich auch gerne Hase nennen. Okay, na gut. Schaut euch mal vorbei. Kai ist also eher, ja, Einsteiger-Bereich. Aber gut, ich sage mal so. Butch macht das seit mehreren Jahren. Und warum nicht? Alles klar. Dann mache ich mal hier den Rate. Kai, okay. Ja, ich bin verwirrt mit dem Doppel-I, was soll ich sagen? Das ist, ähm, kenne ich so nicht den Namen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns, ja, kommt auf an. Also wenn ihr beim Armageddon und bei der Kommentierung dabei sind, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche mal abends. Und, ähm, ansonsten dann erst in zwei Wochen oder so. Denn da diese Kommentierungen abends sein werden nächste Woche, kann ich dann keinen Stream machen. Insofern, äh, ja. Schauen wir mal, der nächste Stream dann. Aber bald zur WM gibt es einiges. Da wird einiges passieren. Also halt die Ohren steif. Und, äh, wir sehen uns bald. Macht's gut, Freunde von Twitch. So, und Freunde von YouTube, ähm, für euch geht das Gleiche. Habt noch einen schönen Abend. Und, ähm, macht's gut. Ciao, ciao. Wir sehen uns nächste Woche. Vielleicht da im Stream. Jetzt habe ich hier das aufgemacht. Ähm, oder dann woanders. Bis dahin.